Heute seht ihr die besten Momente aller Zeiten. Wenn ihr dieses Video nicht verpassen wollt, dann schaut auf jeden Fall bis zum Ende und los geht's. Was geht, Delo? Was geht? Ja, die 5000 Lives auf deiner Sender-Folge wurden geknackt. Jetzt ist halt GTA dran mit Skirren. Und ich muss sagen, Digga, hauen wir direkt in die Wette raus, oder was? Und was wollen wir wetten? Ja, da bin ich auf jeden Fall interessiert, Mann. Ich würde sagen, weil wir ja schon unsere Gerichte haben, dann machen wir noch ein Getränk dazu, ne? Einen schönen Uludag, Alter. Einen Uludag, okay, dann wetten wir nochmal einen Uludag. Kriegen wir hin. So, Leute, oh, ey. Also, das Ding hat... Nein, oh. Das kommt davon, weil du mich runterhauen wolltest. Selber, schuld, Alter. Ich bleibe da jetzt. Schau mal, da hängt er da hinten. Da kommt er, Alter, wie süß. Gendo, ich kann auch hier zurückfahren, weißt du? Ich kann auch hier zurückfahren. Er sagt mir zwar falsche Richtung, aber guck mal, ich kann hier jetzt vor der Gegend fahren. Yo, mit voll... Oha, ich bin, glaube ich, ein bisschen zu schnell gewesen. Okay, warte mal. Ich glaube, wir müssen ein bisschen weniger speeden, Leute. Oh, direkt hinter mir ist er. Ey, bitte, hau mir nicht. Ey, nein, nein, ich war... Gutes Tempo. Komm schon, retten. Oh nein. Ich habe mich gerettet, Alter. Karma, Leute. Okay, jetzt hier. Aber, ey. Vorsichtig hoch. So. Oh Gott. Oh Gott, ich bin auch wieder oben drauf. Da kommt er sogar. Ich glaube es ja nicht. Okay, das nächste Ding. Vorsichtig. Oh. Wow. Oh, da muss ich direkt bremsen. Okay, so. Das war knapp, das Ding. Um die Ecke driften, ja? Oh Gott. Was ist denn jetzt los? Jawohl. Jetzt pasen wir rein, Leute. Komm, direkt dran. So, wo ist denn jetzt... Da ist denn diese Checkpoint. Schnell hin. Oh, Alter, war das knapp, Alter. Einfach easy den Checkpoint geholt, Leute. Und das Gute ist, wir haben halt diesen Heftigen GTA-Vorteil, weil wir das halt schon länger spielen. Und Dennis spielt es halt erst zum ersten Mal. Und jetzt... Oh. Gib mir Anstrung. Oh mein Gott. Nein. Nein, 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 nein. Oh. Nein. Ich denke fest. Ich muss neu spawnen. So, hier ein bisschen mitnehmen. So. Oh mein Gott. Hier sind echt viele Busse in der Luft. Ich komme smooth rum. Nein. Ja, er fällt. Ja, er ist runtergefallen. Oh mein Gott. Ein bisschen driften, Leute. Was ist denn jetzt los? Nein. Gib mir doch. Drück doch Gas. Das wird ein knappes Match, glaube ich, Keule. Ja, aber so war es so ein knapp. So, Leute, wir crashen jetzt runter, ne? Wir crashen ihn jetzt runter. Kein Druck, ne? Ich versuchte ihn jetzt runter. Was? Oh nein. Wie geil, Alter. Wie geil. Das ist ein unerrenhafter Mensch. Pff. Mega, Digga. Runtergauen hier. Alles für den Uludag. Und jetzt hier schnell um die Kurve fahren. Und Vollspeed. Nein. Oh, bitte. Bitte. Nein. Ja. Okay, jetzt aber, Leute. Alle guten Dinge sind drei hier. Ich komme schon auf jeden Fall gut um die Kurven. Hier komme ich. Okay, und tschüss. Wie war es noch so? Skill-Level? Ganz entspannt hier dieser Parcours, ne? Uff. Der ist entspannt. Dann sehe ich hier die Busse in der Luft. Oh, nee. Ha. Wir müssen auf den Uludag warten, Leute, dass es uns Anschwung gibt. Soll der Anschwung geben? Geht los, Gro. Ja. Nein. Nein. Komm. Ja, ja, ja. Ja, ja. 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 Nein, 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 nein. Ja. Ich bin hinter dir, Dedo. Kein Druck. Nein, nein, nein. Oh, Mann. Diese Ecke ist doof, ne? Weil man da mit der Frontschnauze gegenkommt. Pass auf. Jetzt müssen wir einfach vorsichtig. Jetzt Fullspeed. Da bist du gut hochgekommen. Fullspeed. Ja. Oh, mein Gott. Er ist drüben. Ich habe es geschafft, Leute. Oh, mein Gott, Alter. Das hat ja mal so lange gedauert. Unten steht einmal schon zwölf Minuten. Okay, rüber. Da liegt einmal eine Haftbombe auf dem Dach. Der hat mich immer so perfekt geworfen. Aktivierst du die Bombe? Nö. Vielleicht, wenn du es schaffst, aktivierst du sie. Können wir uns darauf einigen, dass... Na, hängst du fest? Kommst du nicht um die Ecke? Ich will gar nicht mehr um die Ecke mit dieser... ...mit diesem wunderschönen Geschenk von dir. Ja, jetzt hast du schon verkackt. Du darfst nur halb Gas geben. Oder? Er kommt. Er kommt. Jawoll. Aua. Oh, ey. Er kann die Haftbombe nicht aktivieren. Ja, Leute. Oh, mein Gott. Habst du noch aktiviert? Man kann ihn noch aktivieren, wenn man gestorben ist. So, okay. Weiter geht es hier auf jeden Fall. Du bist jetzt hier links rum, sagt der Pfeil. So, und jetzt? Wohin lang? Ah, okay. Das ist ja leicht. Aber Denno ist direkt hinter mir, Leute. So, rechts rum. Oh, so. Oh, Leute, das wäre jetzt schwer. Ich wäre froh, dass ich keine Haftbombe habe, ne? Okay, warte. Wir können uns aussuchen. Ja, ja. Oh, durch die Boxen durch. Und Checkpoint holen. Okay, entspannt. Da quert er auch sehr durch die Boxen. Ja, okay. Okay, okay. Ab geht's. Ja. Oh, nein. Ich wollte nicht mehr. Da wollte er mich runterholen. Nicht mit mir, Alter. Nicht mit mir. Und jetzt habe ich hier easy Vorsprung, Leute. Ich kann mich hier entspannt rumschlängeln, ohne runtergaunt zu werden. Hier, wie schön entspannt das ist. Wow, das war richtig knapp. Das war mega knapp. Oh, der ist schon hinter uns, Leute. Er ist schon hinter uns. Auch den gleichen Move. Und let's go. Und Fullspeed. Fullspeed. Rüber. Ja. Und Checkpoint. Nein. Ja, er ist runtergefallen. Ja, hier muss der Anfänger gegen die Erfahrung spielen, ne? Ist auf jeden Fall nicht immer einfach, Leute. Aber jetzt. Da kommt der geflogen. Und yeah. Jawohl. Und drüber. Let's go. Oh, mein Gott. Oh, nicht getroffen. Oh, oh Gott. Nein. Ich bin hier zu weit. Oh. Oh, mein Gott. So, okay. Wow. Oh, jawohl. Oh, mein Gott. Wir haben mich da gerettet. Nein. Ja, er fällt runter. Oh, ja. Wir können es Zeit lassen. Okay. Oh, Gott. Hier wirst du so schnell angefahren. Du bist doch verrückt, Alter. Das ist aber mega verrückt. So, jetzt hier vorsichtig. Oh, nein. Ich habe die gleiche Situation. Vorsichtig. Okay. So, jetzt hier auch noch entspannt, Leute. Hä? Warte mal. Kann man hier nicht langfahren? Was ist denn jetzt los? Darf man hier nicht lang? Nee, du darfst da nicht lang. Oh, jetzt. Okay. Oh, mein Gott. Der ist dringend hinter uns, Leute. Oh, vorsichtig hier auf den Schienen. Vorsichtig. Wie bist du da rübergekommen? Ich habe den Checkpoint. Du musst mit Schwung. Du musst mit Schwung. Ah, ich sehe ihn schon. Ja, schafft er es schon. Hey, du. Guck mal. Ich kann zurück, Mann. Nein. Mach es mit dir nicht. Ah. Nein. Ja, nein. Oh, mein Gott. Bist du auch runtergefallen? Ja. Mensch, du. Was machst du denn da? Hey. Fahr mal lieber weiter. Ich lege hier nur was hin. Nur eine kleine Überraschung. Ich muss schon wieder zurück. Alles in Ordnung. Oh, nein. Nur eine kleine Überraschung hingelegt. Kleine Überraschung. Nach vorne auf die Strecke. Hey. Das Ding haben wir sabotiert. Das Ding haben wir ganz gut sabotiert. Da geht doch eine Überraschung hin. Kein Problem. Zwei Stück drüber. Ich kann ja aus. Oh, nein. Ach, bitte. Du kommst ja nicht mehr da rüber. Ha, ha. Der kommt nicht mehr da rüber, Leute. Jawohl. Entspannen, Leute. Und jetzt in den Platz schießen. Ah. Ich hasse dich. Okay, Leute. Wir müssen das anders klären. Wir gehen mal rüber. Hey. Also nochmal, lass ich mich hier nicht sabotieren. Oh. Was ist denn da los? Sag mal, was soll denn das? Was willst du denn, du Level 7er mit deiner Pistole? Hau mal ab hier. Ich kann auch weiterfahren. Das ist mein Udodak denn. Oh, nein. 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 Hau rein, Digga. War gut. Ich hoffe, jetzt sind Udodak, Freunde. Da ist nämlich schon gleich das Ziel. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, Gott. Okay, nächster Checkpoint. Wir müssen auch hier links lang. Oha. Und darum im Endeffekt noch so eine riesen Rampe. Oh, es sind nur noch zwei Checkpoints. Ich sehe schon die Ziellinie. Wo ist wir? Oh. Oh. Ey. Du Assi. Oh. Nein. Ja. Nein. Leute. Das gibt es doch nicht. Das gibt es doch nicht. Er hängt ja fest. Wir müssen uns beeilen, Leute. Das kann nicht sein. Ja, guck, wie der festlegt. Okay. Ich habe die Lösung für dich. Oh, Gott. Ich habe die Lösung für dich, Denno. Denno, ich habe die Lösung für dich. Hau rein. Digga, es macht so Spaß, Leute. Ey, 5.000 Likes. Dann machen wir noch einen zweiten Part. Ohne Spaß. Dann machen wir noch einen zweiten Part. Ich will nicht mehr. Los, komm. Gib Gummi. Gib Gummi. Ich muss dich aber als kalte Wasser lassen. So, wenn man so einen GTA-Nub hat, Digga. Da macht es doch am meisten Spaß. Da fliegt er. Okay. Und jetzt schnell durchziehen hier. Wo müssen wir lang? Wir müssen hier. Oh, Gott. Ey. Ja, was machst du jetzt? Mach doch. Mach doch nicht diesen. So, Denno. Kein Stress mehr fahren. Kein Stress. Los, kein Stress. Ah, kein. Oh, mein Gott. Wo ich auch wieder bin. Da hatte jemand wo ich Stress. So, Leute. Wir nehmen jetzt hier easy den Checkpoint mit. Auf ganz entspannte Basis. Und nach vorne schon das Ziel. Geh, Denno. Komm. Wir warten noch mal auf den. Bis er kommt. So, jetzt können wir aber wenigstens entspannt fahren. Können wir die Strecke hier so lockerlässig mitnehmen. Okay, okay. Okay. Und jetzt fahre ich mal schnell lieber ins Ziel. Sonst ist es... Was ist jetzt los? Ey, mach mich so langsam. Oh, okay. Gut. Und Sprung in die Rampe rein. Und er ist hinter mir, Leute. Denno ist direkt hinter mir. Oh, oh Gott. Das war knapp. Und ins Ziel. Yeah, wir sind im Ziel. Oh, diese unfairen Methoden hier, ne? Da fliegt der. Kannst du schon sagen. Da fliegt der, Leute. Und jetzt. Oh, oh. Schafft er es ins Ziel? Schafft er es? Ich schaff's nicht mal ins Ziel. Da fliegt der, Leute. Die NF für Denno in der ersten Runde, Leute. So muss es auf jeden Fall gehen. Hat auf jeden Fall mega Bock gemacht, muss ich sagen. War nice. War nice? Hat mega Bock gemacht. Was ist denn so lustig? Das ist ein Roller. Hä? Kann das fliegen oder so? Oh, oh. Oh Gott. Alter. Das kann auf jeden Fall ganz krasse Releases machen, Leute. Warum bin ich so schnell? Ich schaue es so, Alter. Warum bin ich so langsam? Okay, also. Level 1 haben wir es schon mal geschafft. Na, hier ist der. Oh, warte. Wee. Hä? Warte mal. Easy, Alter. Was ist das Thema? Wow. Ja. Okay, ich komm nicht voll nach oben. Ich bin der Beste mit meinem Roller, Alter. Das Thema ist, dass heute nicht Bams nach oben sind. Also sind wir nach oben, sondern Anti-Hindernisse. Ja, Anti-Hindernisse. Komm schon. Oh mein Gott. Nein. Ich hab fast geschafft. Ja. Nein. Okay, mein Roller. Oh Gott. Mein Roller ist überträglich. Ja, und ich bin mit meinem Roller runtergefallen. Zeig mal, wo ist Level 2. Hier. Bro, ich hab mit einer Schrottkarre, hab ich Level 2 geschafft. Ich weiß. Manche Maps sind halt manchmal extrem schwierig und meine sind nicht so extrem schwierig. So, dann. Okay, ich bin ready. Nächstes René-Vehicle. Oh mein Gott. Du hast keine Chance. Alter. Was ist denn das für ein Ding? Kann das fliegen? Nein. Alter, das sieht richtig krass aus. Okay, komm schon. Ich geb jetzt hier mal... Ey, ja. Ist ja über-easy. Ja. Alter, was? Was? Hä? Bro. Hä? Ey, das sieht bearbeitet aus. Das sah richtig komisch aus. Ich bin runtergefallen. Als ob, wie kannst du jetzt im fliegenden Ding... Aber ich fliege. Alter, das war ganz crazy, Leute. So, hier, ich bin mir über jedes Ding hier rüber zu kommen. Ey. Zum Glück hab ich einen Ferrari, ne? Und keine Strottmöhre. So. Hä? Das war ja das einfachste Levelmöken. Das war ja immer ziemlich einfach. Und dafür hab ich ein fliegendes Motorrad bekommen. Neeeee. Oh nein, meins fliegt auch. Ding auch. Mein schönes Auto. Oh, okay. Also, dann sind wir jetzt hier bei Level 3. Und das Random Vehicle, was wir als nächstes bekommen, ist hoffentlich ein bisschen besser. Oh, ich hab ein Fistern Neon. Ich hab einfach Tokyo Fast and Furious. Tokyo Drift. Oh, ey, das zählt nicht. Du darfst nochmal zurück. Warum hast du nicht crasht? Warum hab ich Nitro, Alter? Warum hast du Nitro? Eww. Du hast das Schild fast kaputt gemacht. Alter, guck das mal an. Ich hab einfach Nitro, Bro. Hinten am Nissan Skyline. Nein, nein. Hier hab ich Schicksal weiter zu fliegen. Ja, verdammt. Oh, oh. Warte mal, was soll ich machen? Oh, oh. Oh nein. Oh mein Gott, ich falle an der Wand. Ich hab's rückwärts geschafft. Ich hab's mit meinem Ding nicht geschafft. Ich häng ja leider. Ich brauch jetzt jedes Level Your First Try. Ich kann ja nicht aussteigen. Nein. Was ist, wo bist du? Ich bin runtergefallen. Ich seh's gerade nicht dein Ernst. Ich war übermotiviert, weil ich es rückwärts geschafft habe. Ah, so. Oh mein Gott. Okay. Ja, dann brauch ich ein neues Auto bei Level 3, ne? Das ist ja... Zack. Oh, ich hab direkt ein krasses Polizeiauto. Wie sieht's bei dir aus? Ja, ich guck mal, wie's bei mir aussieht. Ich... Ähm. Hä? Transformer oder was? Ha. Mach's gut. Ha, ha, ha. Alter, du bist ja richtig langsam mit deinem Ding. Wow. Was war das? Ich weiß nicht. Hast du gerade eine Rakete auf mich geschaffen? Nein, Quatsch. Okay, gut. Ich kann mit meinem nicht nach oben. Ja, ich seh das schon. Okay, warte mal. Jetzt muss ich... Wie muss man denn hier fahren? Ich hab so ein Star Wars Auto. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh. Okay. Nein, nee. Ich fall mit dem Ding runter. Das darf nicht wahr sein, Leute. Aua. Was ist denn das für ein langweiliges Auto, was du da bekommen hast? Ich hab ein Fake-Audi. Ich seh's grad. Und ich hab hier so ein... Irgendwie so ein Rapid. Irgendwas, Alter. Okay, außerdem jetzt hier. Damit schaffst du's nicht. Komm schon. Damit schaff ich's auf jeden Fall. Wenn du's damit schaffst, dann... Ja? ...gebe ich zu, dass du besser bist wie ich in Ram... Oder in... Oh mein Gott. Okay. Ja, ähm. Nee. Ähm. Ähm. Au. Ähm. Hä? Ja! Ja! Ich bin falsch rum. Hä? Du ist falsch umgefallen. Ich bin am Anfang. Ich brauch ein neues Fahrzeug. Eins, das richtig gut ist. Was ist vielleicht... Ich nehm auch ein neues. Schnellfahrzeug. Äh. Oh mein Gott. Nee, ich hab fast ein Dings bekommen. Fast ein Flugzeug. Du hast ein Flugzeug bekommen. Hat dich. Okay, jetzt riecht das coolste Fahrzeug von allen. Ähm. Ähm. Okay, nee. Das ist... ...nein neues Fahrzeug. Sondern... Das hier. Äh. Ey, schon wieder Tokio... Nee, Tokio... Jetzt schaffen wir es, Murkern. Jetzt schaffen wir es. Alter, ich hab auch schon wieder so Tokio Drift, ne? Was ist denn hier los? Was sag ich hier? Was geht denn hier ab, Alter? Okay. Dann... Hä, wie kann man das jetzt aber am besten machen? Muss man... Ich weiß es nicht. Ich weiß. Die erste muss man runter. Äh. Da hin. So, und jetzt ist die Taktik... Oh mein Gott. Guck mal, du musst dich... Nee, mein Auto ist kaputt. Umdrehen. Umdrehen. Ja. Okay. Ich stehe hier, Level 4 ist freigeschaltet. Oh, da bin ich. Du bist auch schon, ne? Ja, bin ich. Dann... Nächstes Fahrzeug. Alter, er kriegt ein Motorrad. Ich hab eine Sanchez, also ein Motorrad. Ey. Tja. Schnelles Ding. Du kannst aber nicht fliegen. Nein, nein. Ich glaube nicht. Okay. Ich weiß nicht, ob dein... Oh. Bro. Äh. Ey. Du hast mich richtig nach vorne gecarried. Danke. Hihihi. Ey, das... Ich komme hier niemals raus. Was? Wo kommst du nicht raus? Hier. Wo kommst du? Das ist aus diesen Halblöchern oder was das ist. Aus den Dingern kommst du nicht raus? Ey, bei mir ist gerade ein Riesen-Schatten vorbeigefloren. Bro. Du hast ein Flugzeug. Bitte nimm mich mit, bitte. Oh mein Gott. Warte, ich will raussteigen. Okay, warte. Steig rauf hier auf das Ding. Da, da, da. Oh. Aua. Oh, tut mir leid. Ich komme rauf. Warte, warte, warte. Ja, ja, perfekt. Warte, 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 warte. Perfekt. Nee, das war doch perfekt. Warte doch, ey, warte doch. Ey, au. Okay, also dann fliege ich fach. Alter. Alter, das ist hier mit dem Ding. Das stürzt ab oder so. Das stürzt ab. Ey, mein Kurzfallding. Ey, nein. Ey, nein. Hä, wieso? Hä, wieso? Hä? Ey, es schwebt, es einfach in der Luft. Das ist nicht wahr. Da schwebt es einfach jetzt. Ja, toll. Ja, super. Ja, neues Fahrzeug. Ey. Nur wegen dir. Jetzt habe ich auch noch so ein Oldschool-Ding hier. Picklein, das hier aus dem Weg. Ey. Ey. Wo ist der denn zu schnell? Oh. Ich weiß es nicht. Ich habe ein Squid Game Auto. Also das ist ja wirklich das schlechteste Auto. Ey. Was ich jemals bekommen habe. So ein cooles. Mann. Wieder nur wegen dir. Okay. Also ich brauche ein anderes Fahrzeug. Das hat auf jeden Fall nichts gemacht. Vielleicht ist das hier besser. Auch wieder hier irgendwie fahrst du viel. Wobei eigentlich die LED-Autos immer die besten sind. Aber irgendwie. Ja, ja. Aber irgendwie. Problem ist hier. Diese Teile. Alter. Oh mein Gott. Ich habe ein Motorrad. Dafür brauchen wir ein Motorrad. Das geht anders nicht. Man bleibt die ganze Zeit stecken. Das ist. Nee, da ist eine Kante, worüber die Motorräder nicht. Hä? Was braucht man hier? Aber da können auch keine Autos rüber. Ah, ich habe ein Motorrad. Und keine Motorräder. Ja, das schaffst du nicht. Das schaffe ich easy. Du machst sie jetzt. Guck mal hier. Ja, und nun? Zack. Was und nun? Ich gucke dir zu. Ja, easy. Guck. Nein. Warte. Warte. Du musst es nur richtig machen. Äh. Warte. Bisschen Schwung holen. Wie ist es? Ey, fast geschafft. Hast du gesehen? Das war nicht schlecht. Nee, ich habe das nicht gesehen. Guck, du kannst da nicht rüber. Ey. Nee. Nein. Warte mal. Mein, 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 äh. Warte mal. Das eine Ding liegt gerade unten, habe ich gerade gesehen. Ich fahre mal kurz hin. Haha. Mal gucken, ob ich das noch nehmen kann. Ob es noch geht. Es ist nämlich nicht kaputt gegangen. Aber nicht, dass du einen Unfall machst, weil das ist ja kaputt. Es ist wie so ein Papierflieger runtergegleitet. Ich glaube, es geht, oder? Können wir einsteigen? Ich kann einsteigen. Yo. Yo, aus dem Weg. Und? Es fliegt? Wie aus dem Weg? Ist da jemand in der Luft? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Es fliegt. Ja. D-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d. Alles ob. D-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d. Und somit haben wir Level 5 freigeschaltet. Uhhh. Ich komme. Uhhh. Alter, das macht irgendwelche komischen Faxen. Ey. Pack es. Ey, nein. Pack es. Oh. 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 Jetzt liegt es da einfach Ja, dann liegt es da halt Das soll ich auch machen dagegen So, random Ähm Ähm Ich glaube Wie wo bin ich? Ich bin im Starship Wie im Starship Okay, also das kann ich leider nicht nutzen, Leute Oh Gott, ey Das wäre auf jeden Fall cool gewesen, aber das war eine Nummer Zu krass Hast du gar nicht gesehen, wo ich drin war, oder was? Nee, ich habe uns das Auto Alter, hä? Was ist denn das für ein Ding? Ich habe sogar getunt und das ist so Das ist Spongebob-Mobil Okay, warte mal, was muss ich denn? Ähm Ähm Ja Ich bin Ich habe einen Frontflip gemacht Wieee Easy, Alter Oh nein Ich muss nochmal durch hier Oh mein Gott, diesmal aber an ganz vielen Teilen So, voll Warte mal, das ist ja voll easy Das wird ja jedes Mal mitgehen Alter Das war jedes Mal ein Frontflip Wieee Alter Easy peasy, Mökan Oh Und da ist das Ziel Masku Nein Ich habe dir was nicht erzählt Ah Mann Ja Und damit bin ich erster Platz und bekomme 100 Euro Mökan, ich habe eine krasse Aufgabe für dich Okay, welche? Und zwar haben wir jetzt hier gerade sechs verschiedene Autos bei uns am Start Und wir müssen heute mit einem Random Vehicle probieren, die Rampe runter zu kommen Und wer das Ganze häufiger überlebt, bekommt einfach 100 Euro Was? Okay, dann bin ich ready Ich bin ready Okay, dann spawn mal dein Random Vehicle rein Ich bin sehr gespannt Oh Oh Was ist denn das? Okay, komm, ich komme jetzt auch mit meinem Random Vehicle Alter Und ich kriege Oh, ein Ferrari Guck dir das an Oh, aber ist schnell gut? Weiß ich nicht Ich weiß auch nicht Ich weiß auch nicht, wie die Rampe aussieht Ich bin jetzt mal gespannt Deswegen komm mal losgedüst jetzt hier Ich bin hinter dir Wir fahren Wow Hast du abgebremst? Oh nein Nein, nein, nein Das könnte Oh, ich komme bis jetzt ganz gut auf Alles entspannt Oh, ich auch Und ich komme nicht gut auf Oh mein Gott, ich wurde zum Glück abgebremst Oh Ich sehe deine Ich sehe deine Räder, die du da vorne machst Ich sehe dich Oh, oh nein Als ob ich runterfall Bitte Komm schon Oh Nein Ich bin runtergefallen Nein, 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 nein Oh, ich bin auch fast runtergefallen Alter Als ob das Nein Ich bin auch runtergefallen Tja, jetzt bin ich auf jeden Fall ein bisschen weitergekommen als du Da das aber erst die Testrunde war Gebe ich dir noch kein Fahrzeug Deswegen komm mal mit deinem Random Vehicle Jetzt hier am Start Oh Stark Das sieht echt nicht schlecht aus Ey Oha, was ist das denn? Und ich habe auch so ein GTA Auto glaube ich Na, okay Tschüss Wieso gehst du so schnell? Hey, du bist echt voll schnell mit dem Ding Ich kriege dich gar nicht eingeholt Oh, ich habe mir einen Shutten bekommen Bro, ich bin direkt raus Ja Oder? Ich komme noch Alter Ich fliege echt gut über die Rampe gerade rüber Oh nein Ja, ich auch Kontrollieren Kontrollieren Oh Gott, ich mache 360 Dürfen wir cheaten und langsam fahren? Yo Alter, ich komme gut durch gerade Ne, ne, ne Du musst schon Vollgas geben Ja, okay Oh Oh mein Gott, ich wurde voll abgebremst Okay, das ist ganz gut Ich habe das nämlich schon fast geschafft So Und Jibbi Ich habe mein erstes Fahrzeug Und der erste Punkt Äh Wieso? Ja, es kann unentschieden werden Wo bist du denn? Oh, oh Oh Nein Hahaha Bro, warte, warte Das kann ja was werden Ja 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 Hast du gesch... Hahaha Bro, ich werde abge... Wurde abgeknallt Hast du geschossen? Nein, habe ich nicht Sowas würde ich nicht machen Hä? Also bist du runtergefahren oder was? Ich bin runtergefahren Ja, dann geht auf jeden Fall der allererste Punkt an mich Hm Welches Fahrzeug könnte ich dir denn jetzt hier geben? Wir haben ja auf jeden Fall ein paar am Start So einen Ferrari Nein, ich habe einen Ferrari, der echt schlecht ist, ne? Hm Ich würde sagen, dann nehmen wir doch mal hier... Ey, aua Dann nehmen wir hier so ein altes Fahrzeug Du solltest das alte Fahrzeug da jetzt nehmen Das sieht auf jeden Fall echt gut aus Das hier? Ja, genau Das ist ein Porsche Ach, das ist eine alte Röhre ist das Mehr nicht So, ich komme jetzt hier mit meinem... Oh Also ich glaube, Lego ist noch älter als mein Auto, ne? Mein Lego Bugatti Rocket Voltic Was? Kau rein! Was? Das ist ein Volt-Hilfe! Bro! Uhuhuhu! Das ist unfair! Ich bin mega weit... Oh, warte Ich kriege direkt nochmal einen Boost Das heißt, warte Ich bin wieder runter! Hey, das gibt es nicht! Bitte! Bitte! Nein! Nein! Bist du? Nein! Nein! Boosten! Boosten! Ja! Nein! Nein! Ey, Mann! Ich dachte, ich schaffe es vielleicht mit dem Ding, aber nein! Ich bin kritisch komisch aufgekommen damit! Da ging der Punkt auf jeden Fall schon wieder an mich, aber ich habe jetzt mal keine leichte Gnade, das heißt, spawne mal dein Random Vehicle, ne? Hä? Ich bin außerdem sowieso gerade mit einer Bestrafung gefahren! Ach ja, du hast recht! Dann spawne rein dir dein Random Vehicle! Ich bin gespannt! Oh, ein Motorrad ist echt eigentlich sehr gut da! Vielleicht kann ich den Trick machen! Oh, du könntest echt vielleicht den Trick machen! Alter, mein Fahrzeug fährt voll komisch! Hat voll die komische Lenkung! Ich habe voll große Räder und du fährst dann mit dem Motorrad, aber... Alter, wie du fliegst! Alter! Oh! Nein! Ha! Ich sehe dich links! Vielleicht kriege ich mich doch... Du kriegst dich niemals! Das geht mit dem Motorrad gar nicht! Oh nein! Gar nicht gut! Gar nicht gut! Gar nicht gut! Gar nicht gut! Nein! Ich bin auch runtergefallen! Ich glaube, wir sind ungefähr gleich weitergekommen! Kann das angehen? Ja, ich glaube schon, ungefähr! Okay, dann lassen wir jetzt mal hier ein Random Vehicle rein! Uh! Was ist denn das für ein Ding? Bitte sag nichts! Du hast einfach... Sagst du nichts! Okay, also wenn du das da und schaffst, ne? Ja, hallo! Lass mich mal in Ruhe jetzt hier mit... Ey, ich kann mir kaum lenken! Oh, pass auf! Ey! Haha! Mach es gut! Oh nein! Oh nein! Alles gut! Noch lachst du! Ich fall hier ganz entspannt! Hey, du musst Vollgas geben! Ich mache ja auch Vollgas, aber ich bin hier ganz entspannt mit meinen Lenkungen! Oh oh! Alter, ich job hier gerade jedes Mal perfekt rein jetzt hier bei dem Ding! Oh oh! Oh oh, nein! Jetzt gehe ich gerade nach links! Was soll das? Oh oh, nein! Ich glaube, wir kriegen meinen ersten Punkt, Bruder! Ich kriege auch meinen ersten Punkt! Ich bin doch vor dir da! Nein! Dein Ersten! Du hast schon einen! Nein! Das ist ein Auto! Sie sagst dir! Du nimmst den Oldtimer Lamborghini hier! Den Oldtimer Lamborghini Diablo! Ich hoffe, der ist nicht schnell! Bitte! Ich glaube, der ist richtig cool! Der ist, glaube ich, richtig cool! Guck dir den mal an, Alter! Ich bin richtig cool! Guck! Counter! Oh! Wieso hast du mit deinem random... Was kriegst du, hä? Abfahrt mit deinem random... Oh! Ein Bentley! Was ist das? Ist das ein... Rolls Royals? Hä? Ist das ein GTA-Auto? Ein Enos! Ist das ein GTA-Auto? Ein Cullinan! Ah! Ah! Stimmt! Ja, Cullinan! Oh! Oh! Ist das ein Elektroauto? Ich weiß nicht, wieso! Wuhuuu! Alter, bist du schnell! Yo! Mein Lamborghini ist richtig cool, Alter! Danke fürs Aussuchen! Oh! Ey! Wehe, du gehst auf die Bremse, ne? Nein, nein! Ich gebe Vollgas die ganze Zeit! Ich gebe die ganze Zeit Vollgas! Okay, ich komme ins Drehen! Ich komme ins Drehen! Ich droppe gerade jedes Mal gut rein! Oh nein! Jetzt ist nicht gut! Oh! Das war schon wieder runter! Ich habe noch keinen Punkt, ne? Das ist die Härte, Alter! Das war der einfachste auf der ganzen Welt! Und ich habe dir den gegeben! Und du hast ihn mir gegeben! Ich habe schon jetzt zwei Stück! Das heißt zwei Punkte für mich! Hahaha! Danke auf jeden Fall fürs Aussuchen, Mirka! Mal gucken, was du... Uh! Hallo, haben Sie Taxi bestellt? Ich... Ne, was ist das? Ich habe leider nur ein Motorrad bestellt! Hahaha! Wie? Das heißt, der nächste Punkt geht safe an mich, Kollege! Du hast auch noch so ein Rennbike! Jaja, hau rein! Mach's gut! Wir sind jetzt auf der anderen Seite! Oha! Oha! Gar kein... Oh nein! Oh nein! Oh nein! Jetzt aber! Jetzt aber! Ja! Ich kann fliegen! Noch nicht ganz! Nein! Nein! Ja! Rette mich! Rette mich! Nein! Nein! Wie? Oh mein Gott! Bin ich drauf? Oh mein Gott! Was? Wie viel Glück kann man schon haben? Hä? Das war so easy! Okay, dann geht auf jeden Fall der Punkt an dich! Nicht schlecht! Du darfst mir jetzt natürlich ein Fahrzeug aussuchen oder ich soll ein Random Vehicle nehmen ist dir überlassen! Du nimmst ein Random Vehicle würde ich sagen! Ich bin nicht so! Wir sind ja Freunde! Immer noch! Ey! Du wusstest, dass ich so eine Schrottkarre bekomme! Wir beide haben so GTA Karin bekommen, ne? Ja, aber guck dir mal das hier an, was ich für ein Ding hab! Wie? Let's go! Du schaffst es! So eine Rostlaube habe ich hier! Alter! Oh! Ich droppe gut rein! Danke! Oh nein! Ich droppe wieder sowas von runter! Oh! Oh! Ich bin schon unten! Oh! Ich bin schon unten! Oh! Ich will mir doch den Punkt aber safe nachholen! Alter, ich seh's! Oh! Was? Nein! Nein! Ja! Tja, aber jetzt bin ich auf jeden Fall ein bisschen weitergekommen als du! Das bedeutet, dass ich dir jetzt hier dieses Polizeiauto gebe! Damit musst du jetzt fahren! Warte! Aber dann musst du vorsichtig fahren, ne? Ja, ja! Ich fahr schon vorsichtig! Keine Sorge! Ich mach jetzt hier ein random vehicle! Und? Oh! Oh! Was ist denn das? Einmal bitte rechts ranfahren! Einmal bitte rechts ranfahren! Ein Badmobil! Hau rein! Der Herr, sie fahrt so schnell! Hau rein! Hau rein! Ey! Yo! Okay, ich schwebe! Hoffentlich! Okay! Oh nein! Ey! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Okay! 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 Ohne schweben! Uh! Du fliegst, oder? Uh! Wow! Wow! Und damit! Der dritte Punkt schon an mich, ne? Nein! Ich bin wieder runtergefallen! Ich bin wieder runtergefallen! Dann kriege ich 100 Euro, ne? Ich würde jetzt sagen! Schon runtergefallen! Kein Problem! Gleichfalls noch ein Comeback, sag ich! Ja, ja! Das würde ich sehen! Mir fehlen nur noch zwei Fahrzeuge! Okay! Dann sparen wir mal! Uh! Das ist natürlich belastend eigentlich, ne? Alter! Und ich habe so einen Subaru oder so! Mitsubishi, ne? Mitsubishi! Irgendwie so ein Fast & Furious Auto! Ey! Mann! Ich hab schon ein schlechtes! Hihihi! Bitte! Lass mich! Alter! Warum ist dein Fahrzeug so zerbrechlich? Ja! Tschüss! Oh Gott! Nein! Oh verdammt! Ich bin fast runtergefallen deswegen! Ich auch! Bitte! Bitte! Oh! Oh! Mann! Leon! Du darfst doch mal oben fahren! Komm doch mal nach oben! Nett! Dankeschön! Mit dem Auto komme ich bestimmt weiter! Okay! Dann fahr mal los jetzt hier! Ja! Nachdem du's auch komplett kaputt gemacht hast! Mit dem Schrott-Ding! Das war's ja du! Du bist ja gebremst! Ja! Du hast ja ja gebremst! Bro! Du hast mich grad... Hast du mich grad zweimal... Das... Okay! Alter! Ich weiß nicht was mit meinem Auto los ist, ne? Aber das hat auf jeden Fall richtig Power gehabt! Okay! Jetzt hier aus dem Weg! Ich stapel jetzt hier entspannt den... Den vierten Punkt! Ah! Oh! Ich komm echt richtig schwierig auf! Ich komm so schwierig... Nein! Und das war's! Das war's! Ja! Das war's mit mir! Ey! Du hast aber auch echt richtig Pech gehabt mit deinem Fahrzeug, muss ich sagen! Ich bin weitergekommen, ne? Würde ich jetzt mal nicht so behaupten! Deswegen nimmst du jetzt hier für diese schlechte Behauptung erstmal dieses Schrott-Auto jetzt hier! Ey! Wieso hab ich nur Oldtimer? Das ist echt... Und ich komm jetzt hier mit einem richtig coolen Monster Truck gefahren! Du bist doch direkt wenn du... Du bist doch direkt wenn du... Vollspeed, ne? Vollspeed, ne? Aber Vollspeed! Oh mein Gott! Okay! Aus dem Weg! Aus dem Weg! Hey! Ey! 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 Ja! Yo! Wie du dich trotzdem gefangen hast! Mit dich! Mit dich! Ey! Mann! Leon! Bro, das machst du mit Absicht! Das gibts doch nicht! Bitte! Ich will schon wieder direkt raus! Das gibts doch nicht! Ja jetzt komm du erstmal runter! Ja! Das ist nicht so einfach! Ich geh schon Vollgas! Das ist nicht so lustig! Das ist nicht so einfach! Hilfe! Ey! Du fährst einfach mit einem Hundemonstertruck runter! Nein! 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 Mano! Der Hundemonstertruck war echt blöd! Alter! Das Ding dreht sich voll schnell! Das ist auf jeden Fall echt ein sehr stabiles Rennen-Vehicle was du gerade bekommen hast! Ja! Das... Möchtest du Tag was kaufen? Das sieht ja sehr sehr cool aus! Mal gucken was ich... Oh! Was ist denn? Was ist denn da? Meine Hinterscheibe hast du jetzt gerade kaputt gemacht! So vorsichtig! Ich muss noch Bikini Bottom! Bisschen Tacos verkaufen! Alter! Wann bist du so schnell mit dem Ding? Wann bremst du da eigentlich? Wie? Du bremst da jedes Mal! Das habe ich gesehen! Nein! Der Wagen ist so langsam! Ja! Ja! Bro ey! Ich fahr grad wirklich mit einem Würfel runter! Glaub mir! Du musst einfach nur Gas geben! Oh nein! Ja! Oh nein! Oh nein! Ich fahr runter mit dem Ding! Nein! Also bei mir! Ich sag dazu gar nichts! Und du fällst auch runter! Ich sag dazu gar nichts! Und du fällst auch runter! Ungefähr gleich weit runter gefallen! Das heißt ich darf dir leider kein Fahrzeug geben! Du hast nämlich auch nur drei Stück Kollegen! Ne? Nur noch drei Fahrzeuge! Okay! Kein Scheiß! Random Beagle! Alter! Was? Rottweiler jetzt! Ein Rottweiler Monster Truck! Eben war es doch ein kleiner Welpe jetzt! Oh! Nein! Das Motorrad schnell! Schnell dich wegrammen! Warte mal! Hä? 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 Was machst du da mit mir? Was hast du da für ein Ding? Was ist das? Das ist ein unsichtbar... Alter! Das sieht richtig krass aus! Das kann nicht fliegen! Das ist nicht unsichtbar! Äh... Okay! Ich geb mal lieber Vollgas mit meinem Monster Truck jetzt hier! Hau rein! Machs gut! Ich kann direkt den Wheelie ziehen! Huiiii! Alter! Du holst mich ja sogar ein! Oh! Ah! Oh nein Leute! Äh! Ah! Oh! Ich fall runter! Nein! Und du? Ich sag wieder nichts! Ich sag nichts! Ist aber nicht mehr weitergekommen! Wirklich! Verdammt ey! Okay! Ich glaub dir das gesehen! Na! Welches Fahrzeug soll ich nehmen? Du nimmst den gelben! Also wenn du schon so fies zu mir bist und alle meine schlechten Fahrzeuge mir gegeben! Obwohl ich weiß nicht ob das schlecht ist! Äh! 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 Der sieht ein bisschen aus wie Transformers! Dieser Bumblebee! Der sieht echt richtig cool aus! Und du kriegst hier so einen Partybus oder so! Der Mile High Club! Alter! Mein halt krasses Handling! Wirklich? Kann ich dich auch handlingen? Nein! Das zählt nicht! Als ob ich direkt wieder bestraft werde! Ich werd... Oh mein Gott! Das zählt nicht! Das zählt nicht! So jetzt gib hier voll... Alter! Meiner richtig krass! So driften! Sag mal du fährst auch echt jedes Mal richtig lange runter! Nein! Dann kann das doch nur schwer sein! Huiiii! Guck jetzt gib ich richtig Vollgas! Oh nein alter! Meiner ist richtig schwierig! Das ist richtig doofes Handling! Ich fall jetzt schon runter! Mann! Das... Ich fall jetzt schon runter! Wo bist du? Ich bin runtergefallen! Aber viel weiter vorne wie du! Ah! Glück gehabt! Okay, komm! Dann müssen wir jetzt random vehicle machen! Und... Oh! Guck dir den an! Was? Ein M3! Ich dreh durch! Ha! Was denn das? Aber weißt du... Meiner... Lass... Warte! Wieso? Ich danke dir! Mann bitte! Gern geschehen! Gern geschehen! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Nein! 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 Mein BMW war so cool! Ich wollte ein bisschen mehr ausrufen! Verdammte Axt! Nein! Weil ich bin weitergekommen als du, ne? Du bist viel weitergekommen! Alter der BMW war cool! Das ist echt richtig cool! Dann! Darfst du dir jetzt hier wieder ein Fahrzeug nehmen! Und ich würde sagen, du nimmst jetzt hier dieses komische Zukunftsding! Du bist so ein guter Freund! Das Zukunftsding! Das wird jetzt ein Dreieck felgen! Und ich schnapp mir ja deinen Nachbarn! Ey Mann! Auch nicht grad besser! Oh Gott! Hau rein! Lass mich in Ruhe! Juhuuu! Okay! Oh! Ich bin gut reingejobbt! Alles bis jetzt noch richtig... Nein! Oh! Gefangen wie ein Fischfänger! Nein! Oh Gott! Ich bin draußen! Ich brauche jetzt auch grad einen Fischfänger! Wie bist du runtergefallen? Ich bin draußen! Ja na... Ich auch! Ich auch! Nein! Das gibt es nicht! Na dann wird es auf jeden Fall Zeit fürs Random Vehicle! Und... Uh! Ich habe so ein richtig krasses Grip-Fahrzeug! Yo! Er kriegt einfach LKW! Okay! Du hast ein Grip-Fahrzeug? Du hast ein Schneemobil! Ja damit habe ich richtig viel Grip! So egal wo! Das was du brauchst ist Grips! Haha! Das was du brauchst sind paar Punkte! Ja! Das stimmt auch leider! Oh Mann! Und ich schnapp mir jetzt hier nämlich die neun Punkte! Bitte nicht! Bitte nicht! Oh mein Gott ich komme richtig gut durch! Ich komme richtig gut durch! Ich bin runtergefallen! Ich bin runtergefallen! Nein! Also ich habe so drei Kurven überlegt! Nein! 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 Au! 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 Verdammt ey! Komm ich gebe dir die Möglichkeit auf eine aller entscheidende Runde! Du darfst entscheiden ob du die annehmen möchtest oder nicht! Natürlich nehme ich die an! Dann komm! Spawn mal dein random vehicle rein! Oh Mann! Ey! Was? Aber warte! Haben wir nicht gesagt wir machen drei Stück und dann dürfen wir uns davon einen aussuchen? Na gut! Dann komm! Das ist besser! Oh mein Gott! Quatt! Und! 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 Yo! Was habe ich bekommen? Oh mein Gott das ist wieder ein Lambo! Das gibt es nicht! Also es ist so... Okay! Fahr los! Ich nehme den Quatt! Ich nehme das Quatt! Na gut! Dann viel Erfolg damit! Ja! Dankeschön! Ja! Okay! Dann let's go! Aus dem Weg! Ohne anstupsen! Ja! Oh mein Gott das kann man sein! Warte wenn ich jetzt gewinne? Dann hast du gewonnen! Ich weiß es war sehr nett von mir sowas anzubieten! Aber da ich mir so sicher bin dass ich gewinnen werde! Uuuuuh! Okay! Was ist wenn wir beide gewinnen? Ja dann haben wir beide gewonnen! Oh nein! Alter! Okay! Oh nein! Oh mein Gott das war so knapp gerade! Okay! Alles gut! Ich habe mich gerade noch gefangen! Wo bist denn du? Alter! Okay! Ich bin es! Alter! Man hätte wenigstens einen Squad PK! Was? Ja! Ja! Mann! Ich bin unten! Ich auch! Haben wir... Hä? Oh! Bro! Oh mein Gott! Hä? Ich steige ab! Das geht jetzt nicht! Hä? Ja! Beide gewonnen! Alter! Wir haben uns einfach beide geschafft! Juhuuu! Dann zeigt mein erstes Random Vehicle Vulkan! Wir haben hier echt nämlich die absolut coolsten Rampen am Start! Alter! Was hab ich? Mann! Es geht nicht! Letztes Mal hattest du das Spider-Man-Auto! Jetzt hast du das... Das geht jetzt nicht! Pass auf! Das heilte Fall ist hier runter! Und... Wir haben hier extrem... Alles durch? Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Verdammt! 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 Schlechtes Timing! Okay jetzt! Achtung! Hier haben wir... Oh! Oh! Wie fährst du denn? Mann! Sag mir das doch! Oh mein Gott! Ich komm mit meinem Ding! Oh nein! Iron Man! Iron Man! Iron Man! Oh! Schaffst du es jetzt Level 2? Nein! Ich bin viel zu schnell mit dem Ding! Oh Gott! Oh Gott! Okay! Also es wird auf jeden Fall nichts! Ja! Iron Man kannst auf jeden Fall vergessen! Komm! Nächstes Random Vehicle! Wir brauchen auf jeden Fall nichts so... Krasse! Oh! Das könnte stark sein! So! Aus dem Weg hier! Oh nein! Hier muss man aufpassen! Der ist richtig... Time! Ja! Jawohl! Oh! Oh mein Gott! Nein! Alter! Ich bin fast durch so eine Lücke gefallen! So! Ich bin hier sehr schnell am Start! Die Kunst ist es nicht so schnell zu fahren! Ja! Ja! Genau! Die Kunst ist es einfach... Nicht jetzt langsam, aber halt auch nicht übertrieben schnell zu fahren! Nein! Mann! Sag mir das doch! Dass man nach links oder nach rechts fahren soll! Alter! Hier sind einfach Minen! Hä? Nein! Nein! Ich fall trotzdem runter! Das darf doch nicht wahr sein, Leute! Verdammt! Komm! Wir brauchen jetzt auf jeden Fall hier mal ein besseres Fahrzeug! Was ich ein bisschen besser kontrollieren kann! Und ich kriege... Nissan GT! Hey! Was ist denn das für ein Ding hier? Ist das ein GT oder GTR? Bloß ein GTR! Alter! Mein Ding fährt ja gar nicht! Wie? Hä? Das... Wie? Ah jetzt! Der Motor war kurz aus oder so! Das war ganz komisch, Leute! Jaja! So! Lügengeschichten hier! Nein! Ich flieg jetzt echt gegen den Pfeil! Nicht im Ernst! Okay! Okay! Sehr gut! Ich bin gegen den Pfeil geflogen, Alter! Lass mich in Ruhe! Okay! Wo bist du? Da! Ich seh dich! Komm! Du schaffst das! Was? Achtung, hier sind Minen, ne? Alter, das ist schwierig da! Okay! Du musst richtig aufkommen! Oh oh! Das war's mit dir! Okay! Oh oh! Reindriften! Nein! Ne! Auch nicht geschafft! Ich trinke gleich zurück! Ich mach die Map kaputt! Ja! Ich sag dir! Wir müssen das hier alles schaffen! Das wird heute kein einfaches Spiel! Aber! Am Ende gibt es eine mega Belohnung! Das wollt ihr auf jeden Fall nicht verpassen, Leute! So! Jetzt hier! Random Vehicle! Ich krieg ein Motorrad! Und damit geht das Ding auf jeden Fall durch! Eine Kroquette? Eine Kroquette? Alter! Du aneiners Kopf! Oh nein! Weil du mich die ganze Zeit aufregst! Ähm! Ähm! Äh! 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 Hau mal ab hier mit deiner Kroquette! Äh! Äh! Sagt der Motorradfahrer! Das Motorrad kann nicht fliegen, Alter! Das ist so ein Motorrad, was nicht fliegen kann! Oh! Oh! Ah! Oh mein Gott! Hä? 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 Hä?! 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 Ich bin... Was ist jetzt gerade? Was ist denn da los? Hä?! Du bist ja tot oder so! Äh?! Nein! Was machst du da? Ich bin in einem unsichtbaren Raum gefangen! Hä?! Hä?! Wirklich! Was passiert mit dir? Ich hab keine Ahnung! Du läufst ja noch bei mir! Ich fahr weiter mit meinem Motorrad, das war ja ganz komisch. Ich hab Angst vor der Map. Ich hab dir gesagt, die Maps sind verflucht, das ist nicht ohne Grund verfluchte Maps. Das ist jetzt hier. Oh oh. Oh oh. Ja, Motorrad ist clean, Leute, clean. Clean Motorrad. Oh mein Gott. Ja. Ja. Oh mein Gott, ich kann mit leider nicht unendlich fliegen. Oh Gott, hier sind noch irgendwelche anderen Rampen. Ohhhh. Nein. Ich hab da auch ein neues Auto bekommen. Ohhhh. Wie neues. Ehrlich? Ich hab einfach aus dem nächsten neues Auto bekommen gerade. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott, ich hab's geschafft. Jawohl. Zack. Damit... Wo geht's denn jetzt hier hin? Ah. Okay, also damit ist auf jeden Fall hier schon mal die allererste Rampe besiegt. Und der erste Punkt geht auf jeden Fall schon mal an mich. Hier sind die Punkte standen, Leute. 1 zu mich, 0 für Möckern. Also, ich bin jetzt hier mal auf die Map gespannt. Die sieht auf jeden Fall hier ein bisschen anders aus. Diesmal. Mit Glas und so. Also hier musst du echt aufpassen. Hier müssen wir ganz... Ah, fahr dich nicht fast. Wer hast du denn schon? Ah. 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 Okay, da dritte die Windmühlen. Ah. Ich bin viel zu schnell. Neiin. Ah. Ah. Verdammt, alter. Das ist echt ne Rennstrecke oder so. Okay. Wo bist du? Ich komm nach oben. Ähm. Ich glaube, das ist nicht gut oder? Ah. Ok. Das geht schonmal nicht hier. So. Ok. So. Hier, ich bin der Grillmeister. aus dem weg ist nicht gut jedes mal nein 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 i say no to this oh mein gott ganz vorsichtig ich bin viel zu schnell wie zu schnell oh mein gott das war ganz knapp nein das sollte ich wahr sein das war so knapp das kann sich vorstellen ja ja das marium da schafft es jetzt hier mit dem ding ich glaube wenn oh mein gott du musst rechts fahren aber dann geht das gefühl nicht einfach stehen bleiben hier nein aber ich dachte bremsen bis hin wo weiter durch glück okay das ist geschafft und jetzt und er und der zweite punkt geht an mökern hier seht ihr wieder den punktestand leute ab geht's zur nächsten map wir sind hier sogar bei level 3 und alter das sieht alles ein bisschen schwieriger als aus ja also das fand ich ganz einfach da bis zum ziel zu kommen ich habe mir einen rhodes royce zugelegt leon das sind das für dinge und ich habe mir einen fetten mercedes zugelegt ja ja das halte ich von mir jetzt darfst du fahren mit deinem kaputt weiter okay fahrer schon oh gott oh gott oh gott oh gott was passiert da oh gott es geht mit meinem kleinen auto tja pech nein nein man muss voll speed haben das ist unglaublich digga ja ich glaube wir brauchen beide neues fahrzeug na so random nee okay wo bist du denn mit deinem fahrzeug ich will nicht drüber reden da unten fällst du also runter so ein ding ist das also ich bin oben also ich habe hier meinen truck bekommen eben ich habe einen phantom also jetzt heißt es voll speed das ist nicht machbar ich weiß wir sind aber das ist machbar klar ja guck mal mit dem so an ich war nicht mal die sie als sei wie sie ich sag ich auch das ist das war sein als ich glaube ich kann es also ein Broch erlersten muss man vorsichtig fahren Wo bist du denn? Ja, alles gut. Ich wollte es gerade nicht mit dem Flugzeug probieren. Nein, nein, nein. Also, beim Ersten muss man vorsichtig fahren. So, dann aufkommen. Und jetzt musst du Vollgas geben. Ja! Vollgas! Nein, ich hätte es geschafft. Und da war das Ding im Weg, ey. Hier muss man Vollgas geben. Hey, Mann! Ja, das ist natürlich verlastend. Also, random vehicle. Sacre bleu. Na, hier mein Baguette-Auto. So, aus dem Weg hier. Ich bin Fahranfänger. Vorsichtig. Ich mache einen Trick. Ich überspringe das Erste. Vorsichtig. Oh mein Gott, das hätte funktioniert aber auch. Alter, das hat super funktioniert. Das funktioniert aber. Ja! Oh mein Gott. Als ob. Ich habe es geschafft. Oh, Achtung. Das schaffst du nicht. Das schaffst du nicht. Sei nicht aufgeregt. Sei nicht aufgeregt. Was passiert jetzt? Nein. 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 Das darf nicht wahr sein. Ich könnte. Das hätte man noch gar nicht geschafft. Meine Reifen. Oh, das hätte ich locker geschafft. Verdammt. Und ich hatte so Angst. Okay, dann komm. Zeig dir mir dein nächstes Fahrzeug. Ja. Viel Spaß damit. Ganz ruhig vorfahren. Ja, mache ich. Alter. Du gibst ja völlig Gas. Ich bin viel zu schnell beim Ersten. Oh mein Gott. Ähm. Gut. Es ist nicht gemacht für LKWs. Ich kann dir einen Tipp geben, wenn du magst. Ja, okay. Gut zu wissen. Danke. Oh mein Gott. Nein. Ja. Ähm. Das ist Schwummel. Ja. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Nein. 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 Oh mein Gott. Guck mal, ich sag mal, so wie es ist, wenn du es jetzt gewinnst, wirklich verdient. Also. So traurig. Nein. Was ist das denn? Oha, du hast glaube ich das perfekte Fahrzeug jetzt dafür. Ey. Ich habe keine Pizza bestellt. Au. Okay. Ja, du willst mit dem Dreirad runter. Ha. Na. Okay, hat nicht geklappt. Ey, mit deinem Ding schaffst du das. Du musst halt nur. Also echt, das ist ja wirklich Anfänger, ne? Nein, nein, nein. Du bist das perfekte Fahrzeug jetzt dafür bekommen. Ich hole mir jetzt ein fliegendes Auto. Ob du es jetzt mir glaubst oder. Das. Ne, das ist mir nicht. Ob du es mir glaubst oder nicht. So, komm. Ich nehme jetzt hier random vehicle. Guck mal. Mit dem schaffe ich es jetzt. Mit dem La Lamborghini. La Lamborghini. Vorsichtig, Leute. Alter, das ist. Das darf doch nicht wahr sein, Alter. Mit so einem Gümelauto. Oh nein. Was bekomme ich hier? Es ist ein U-Boot. Ja, sieht aus wie ein U-Boot, ja? So. Ist es ja nicht. Jetzt schaffe ich es aber, Leute. Vorsichtig. So. Vorsichtig. Es ist, also ich werde nur getrollt von der Map. Hast du dir auf, hast du dir auf Milka-Troll eingestellt? So, ja, habe ich. Ich habe gemacht, dass es nur gut aussehende Menschen die Strecke schaffen. Okay, jetzt muss ich, jetzt muss ich mir was überlegen. Verdammt, ey. Oh nein. Es würde ja nicht gesagt, dass wir es mit Auto schaffen müssen, oder? Ey. Ey, wie soll das gehen? Wie soll das gehen? Das ist zu breit. Also, ich kann dir eins sagen. Das machst du nicht. Hä? Jetzt ist dein Auto. Ja, das geht man ja weg. Okay, nächstes Fahrzeug. Wir brauchen jetzt hier was echt Gutes. Random Vehicle. Boah. Okay. Das ist wohl ein komisches Fahrzeug. Welches? Ich habe hier ein ganz komisches. Aber genau das wird es schaffen. Und wie breit ich meine Reise? Ist das nicht dein Ernst? Nee. Das will ich jetzt dafür nochmal. Das will ich jetzt. Mann, ich bin im Rückwärtsgang und durch deine Wucht bin ich nach vorne runtergefallen. Mir sind beide runtergefallen. Jetzt schaffe ich es mit dem aber. Das ist wie dafür gemacht für die Strecke. So, hier, guck mal. Alles entspannt. Und zack. Ich habe ein Auto, was gemacht ist dafür. Also, mein Auto. Kann nicht mehr dafür gemacht worden sein. So. Einmal willst du hier das Auto wegmachen. Äh. Oh mein Gott. Ja. Ist das breite Reifen? Oh nein. Oh oh. Ich bin durch. Das erste Mal, Leon. Ja. Ja. Okay, ich habe das Ziel berührt. Das reicht. Das reicht, Leute. Wie? Ich komme ganz rein. Wie jetzt? Was? Wo? Ich bin gerade bei der Rampeil am Ende. Wo denn? Ganz am Ende jetzt. Nicht dein Ernst. Doch. Nicht dein Ernst. Nein. Ich kann die mal balancieren. Damit geht der zweite Punkt am Nurkan, Leute. Und jetzt gehen wir hier zur letzten Map. Also, jetzt sind wir hier sogar schon bei der letzten Map angekommen. Und die sieht auf jeden Fall echt richtig krass aus, Leute. Guck mal, wie verflucht die ist. Gut. Alles voller Blut und alles mögliche. Ich glaube nicht, dass du damit weit kommen wirst. Darf ich? Okay. Und random vehicle. Das verflucht dir alles. Will aufpassen, ne? Ähm. Was ist denn? Was stehst du hier? Ich fliege. Ich fliege. Ich fliege. Bro, die Map, das wird krass. Die ist ganz komisch. Hä? Hä? Okay. Du bist so ein Ernst. Ich fahre sie runter. Oh nein. Oh oh. Hä? 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 Die ist ganz komisch. Hä? Hä? Ich fliege in der Luft. Wie? Was ist das? Was ist das für eine komische Map? Ich sag doch, das ist eine ganz komische. Hä? Ich fahre einfach in der Luft. Nein. Oh oh. Du musst sagen, ob es okay ist oder nicht. Nein. Nein. Ich habe es fast richtig geschafft. Ich warte mit meinem Auto. Du musst sagen, ob es okay ist oder nicht. Ob es zu unfair wäre. Ich bin ganz oben. Äh. Alter, sieht richtig krass aus. Ich kann das. Ähm. Nein. Schnell. Schnell. Du musst. Du musst langsam als ich. Guck mal. Warte mal. Das ist. Wir sind hier gefangen in einer Kuppel. Wie jetzt? Guck dir das mal an. Die sind überall so. Das ist so Kuppel überall. Dieses hellblaue. Der hellblaue. Ich weiß nicht, wovon du redest, aber ich habe es geschafft. Let's go. Ey. Ich wollte dir nur ganz kurz zeigen, was das ist. Was für eine Kuppel. Wo denn? Jetzt ist es unentschieden. Wie machen wir das? Tja. Das wird wohl auf der nächsten Map entschieden. Das heißt, Leute. Wir gehen jetzt in die nächste Map rein. Dann lass uns mal starten mit unseren Random Vehicles. Ich würde sagen, ich habe jetzt hoffentlich ein bisschen Glück. Motorrad. Es geht auch darum, um Riesenrampen zu überqueren. Ja, ja. Deswegen komm mit jetzt hier. Alter. Wo bist du? Ist man nicht so schlau? Ist man nicht so schlau? Wo bist du? Oh. Oh mein Gott. Oh. Ich bin gegen so ein Ding geflogen. Und ich glaube, hier vorne, ja, hier unten geht es auf jeden Fall noch weiter, Leute. Alter Schwede. Boah, das ist einfach dein Random Vehicle als zweites. Okay, mal gucken, was ich jetzt für eins bekomme. Äh, nochmal, das geht ja. Okay, dann fahren wir runter jetzt hier auf dieser, oh Gott, auf dieser richtig krassen Rampe. Und mal gucken, ob wir ein bisschen Glück haben und wie weit wir kommen, weil es geht auf jeden Fall extrem weit auf dieser Rampe, Leute. Das wollt ihr mich wirklich verpassen. Oh, nein, nein. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich bin gegengecrashed. Es geht weiter. Wo bist du? Oh, ich seh dich. Also wieder fliegst du. Bitte. Ja. Oh, als ob du es einmal schaffst. Nein, nein, nein. Ey, der Schwerste ist, da drauf zu landen. Ich weiß. Da du jetzt aber gerade weitergekommen bist als ich, ja, auch wenn es gerade nur am Anfang ist, darfst du mir jetzt dir ein Fahrzeug aussuchen, was ich nehmen muss. Gib dir mal dieses, es sieht irgendwie aus, als wenn die Hälfte davon fehlt, aber ich glaube, das gehört so, ne? Alter, er gibt mir direkt hier so eine Schrottkarre, Leute. Hey, das ist gut. Ja gut, dann, äh, let's go. Ich bin mal gespannt. Oh, was du bekommst. Okay. Okay. Irgend so ein Hammer. So, jetzt komm ich, pass auf. Alter, mein Auto ist ein Driftauto. Oh, nein. Okay, Müll kann. Ich gehe jetzt auf. Ey, kleiner Tipp von mir, fahre in der Mitte. Auf Vollgas. Oh Gott. Oh Gott, ich habe, oh mein Gott, ich fliege viel zu weit. Nein. Oh, Möwe, ich habe nicht gerein. Ja, ich lande perfekt. Also. Easy. Ja, und tschüss. Oh, ho, ho, ho. Oh mein Gott. Frontflip. Oh nein. Oh mein Gott, warum habe ich Frontflip gemacht? Hey, ich fliege es weit rechts. Was ist denn das jetzt? Nein. Hey, aber den geht es noch viel weiter, Leute. Tja, da hatte ich irgendwann ein bisschen mehr Glück diesmal als du, ne? Aber, Müll kann, mal gucken, was jetzt hier für random Vehicle kommt. Oh, wie Rangy. Und hier, und, ey, was ist denn das? Was ist denn das? Hat jemand einen Klempner gerufen? Gefühlt soll ich jetzt hier die Rampe reparieren. Bitte, bitte. So, dann, äh, ich gebe euch auf jeden Fall auch mal Gas jetzt hier. Ich gebe jetzt hier. Oh mein Gott, bist du da hinter mir? Alter. Oh. Bist du ein bisschen schneller als ich? Bitte. Hey. Hey, das geht richtig. Ich habe dich nicht rüber geschmeitert. Hey. Oh mein Gott. Ey, ich bin viel zu weit links. Hä? Ey. Ich habe einen Vogel in der Luft getroffen. Alter. Oh mein Gott, ihr habt es genau gehört. Au, au. Oh, oh, Vorsicht. Vorsicht, Vorsicht. Alter. Das ist dein Ernst. Autsch. Nur weil du uns gerammt hast. Tut mir leid. Ey. Ah. Komm her, wo du dich traust. Hey. Komm her. Komm her. Ey. Lärm. Ey. Au, au, au. Okay, okay, okay. Pass auf. So, jetzt sind wir jetzt hier wieder. Ne, warte. Ich hatte jetzt ja gerade das Weitere. Das heißt, du darfst jetzt ein Fahrzeug auswählen. Beziehungsweise ich darf dir eins auswählen und du sollst den Rollstuhl nehmen. Och Mann. Ey, das wird so cool. So, und ich fahre jetzt hier mit meinem Renne-Wiekel. Schön neben meinem Rollstuhl. Oder vielleicht auch nicht mit dem. Vielleicht auch mit dem anderen. Und zwar mit dem Fahrzeug hier. Oh, okay, na gut. Dann, Möckern, fahr mal vor mit deinem Rollstuhl. Bitte ganz kurz. Okay, gib Gummi. Mehr, schneller. Mann. Schneller. Ey, yo. Bro. Au, au, au. Nein. Oh, oh. Oh, oh. Oh mein Gott. Hä? Oh nein, sag mir bitte, ich schaff das jetzt. Ich schaff's nicht, Leute. Ey, Mann. Weil ich auch nicht Fahrgarten gegeben habe. Aber du bist vor allem mit dem Rollstuhl weggeflogen. Na, ist auch unfair. Okay, es wird wieder Zeit fürs Random-Wiekel, Möckern. Kein Problem. Ey, ich krieg schon wieder Motorrad. Oh. McLary. Okay, dann gib mal Stulle jetzt hier. Ich glaub, du bist schneller als ich. Ja, ich glaub auch. Voll richtig. Oh, 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 alter. So, ich dauere mein Motorrad. Alter, mein Motorrad ist schnell. Meinst du, schnell? Oh nein. Oh mein Gott. Nicht im Ernst. Oh. Wow. Oh, niemals. Ich bin zu schlecht. Nein, nein. Oh. Okay, Leute. Ich bin auch daneben. Bist du auch daneben? Also ich bin mit meinem Motorrad. Nee, mit meinem Motorrad hab ich's leider nicht geschafft. Und ich glaube, wir waren grad gleich weit. Das heißt, wir gehen nochmal rein ins Random-Wiekel. Oh. 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 G-L-E. Brabus, oder? Nee, nicht Brabus. Oh. Alter. Ist das nicht? Was? Ist das nicht? Der Deluxe. Oh, wird getunt. Was? Damit kannst du auch locker fliegen, oder nicht? Nein. Nee, das ist der ohne. Ah. Ha. So. Alter. Wie du Gas gibst. Okay, aus dem Weg. Alter, der Hände ist voll schnell. Richtig gut. Oh, jetzt fliegen wir. Bitte, bitte, bitte. Achtung. Nein. Alter, man fliegt so weit. Und man fliegt so weit nach links. Ey, der ist so krass, der Wagen. Ey, Mann. Ey, ich glaube, ich bin grad ein bisschen weiter gekommen als du, ne? Aber irgendwie schaffen wir es nicht drauf. Komm, ich geb dir jetzt mal hier das Lightning McQueen Auto. Das kleine. Das ist schnell, ne? Ich weiß, dass es schnell ist. Aber mein Random Vehicle ist schneller. Ein BMW. Ja, so ein alten M5. Okay, aus dem Weg. Ich bin auch eine Rot-Rakete. So, diesmal schaffe ich das. Und diesmal müssen wir... Aua. Ein bisschen mehr nach rechts lenken müssen wir jetzt, ne? Nicht vergessen. Ja, hab ich. Alter, das Ding ist ja voll schlecht. Was hab ich denn? Ich komm nicht mehr über den Berg. Ich hab's perfekt gemacht. Oh mein Gott, ich seh dich. Perfekt. Alter. Alter. Was? Okay, jetzt kannst du im Fall... Okay, jetzt kannst du im Fall... Okay, jetzt kannst du im Fall... Jetzt kann ich abbremsen. Ja. Weil hier rüber... Alter, du hast einen Vogel erwischt. Hier kann ich ja jetzt den entspannt machen. Oha, oha, oha. Okay, okay, okay. Es geht weiter. Ich seh dich. Es geht weiter. Oh mein Gott. Alter, du kommst voll weit. Oh mein Gott. Let's go. Hab ich direkt so ein krasses Auto gegeben? Let's go. Alter, da fliegt er. Alter, wie weit du fliegst. Nicht ansatzweise weit genug. Hä? Ein bisschen. Ein bisschen. Hast du dich volles Bild gedrückt, oder was? Doch, doch, doch. Aber ich war echt langsam. Oh, was? Ich werde es aber auf jeden Fall mit meinem Random-Viceline voll übertoppen, Leute. Oh, was? Was ist das denn? Ich hab ein Iron-Man-Auto. Oh, was ist das? Ich hab einen Tesla-Transporter. Irgend so einen Tesla-Truck hast du. Ich lass dich mal vorlaufen. Du geh schneller. Ey. Nicht Photoshop-Sin. Ja? Ha! Du Elektroschrott. Fahr nach unten. Du bist Elektroschrott. Oh, ich fahr mal dann nach vorne. Keine Sorge. So. Aha. Ah, ja. Ja, dann fahr ich. Elektroschrott. Ja, und tschüss. Hä? Ich fahr auch mal von vorne. Ich fahr auch mal von vorne. Kein Problem. Warum bleib ich da unten hängen? Was soll das? So, Leute. Vollspeed. Vollspeed. Oh, mein Gott. Ich flieg über das Ding rüber. Hey. Ich auch. Alter, wie weit fliegst du mit deinem Ding. Bro, das war's mit mir. Warte, vielleicht kann ich noch hier auf die Rampe rauffahren. Oh, mein Gott. Als ob. Oh, mein Gott. Nein. Nein. Oh, mein Gott. Aber ich will trotzdem mal wissen, wenn man jetzt hier drauf ist, wie weit ich jetzt hier kommen würde. Oh, Gott. Oh, Gott. Das war ein Vogel. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. So, Leute. Mal gucken, wie weit jetzt hier weit kommen mit dem Ironman-Fahrzeug. Und. Oh, wow. Alter, ich flieg so weit. 360. 360. Oh, nein. Nein. Im Wasser gelandet. Aua. Also, jetzt bin ja auf jeden Fall ich deutlich weitergekommen. Auch selbst ohne das zweite Fahrt draufsetzen. Deswegen gebe ich dir den hier. Der mit den großen Reifenbürkern. Was? Den Dileser. Ich glaube, der ist gut. Glaubst du? Ich bin mir nicht so sicher. Ich glaube schon. Und ich habe Random League geschmiert mit dem Motorrad. Ja, läuft gut. Ja, aber egal. Ich werde das mit dem Motorrad, ich sage es dir, werde ich richtig weit kommen, weil ich kann damit ja auch fliegen. Okay. So. Oh. Oh, ja. Aus dem Weg jetzt hier. Und Willi. Oh, ja. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Aua. Okay. Alles gut, Leute. Ich bin hier im Fliegemodus. Oha. Perfekt. Oha. Perfekt. Was? So bist du. Hui. Nein, niemals. Hui. Okay, warte. Ich muss hier einmal noch. Oh, war das knapp. Und. Zack. Wow. Wie weit ich hier fliege, Freunde. Was geht hier ab? Okay, jetzt geht es hier noch weiter. So. Ich habe die Ballons kaputt gemacht. Wie die Ballons? Ich bin auf diesen Dings gelandet jetzt hier. Ah, ich weiß, was du meinst. Oha. Was? Ich muss durch dieses Loch durch. Hey. Das ist ja unmöglich. Oh, Leute. Ich probiere jetzt noch einmal ganz durch dieses Loch durchzukommen. Das ist aber, glaube ich, echt gefühlt unmöglich, Freunde, ne? Ich weiß nicht, wie man das schaffen soll. Das kann man ja nur mit dem Motorrad schaffen. Oh, mein Gott. Ey, aber nein. Und dann noch mal durch die Lücke. Dann muss man noch durch so eine zweite Lücke durch. Als ob. Ich gucke gerade. Alter. Ja, da muss man echt durch. Durch so eine Holzwand. So, jetzt bin ich auf jeden Fall deutlich weitergekommen. Aber ich habe dir eben ein Fahrzeug gegeben. Das heißt, jetzt haben wir random wie. Bro. Das ist nicht. Was soll ich denn damit machen? Was soll ich denn damit machen? Was hast du da? Oh, Backflip. Oh, mein Gott. Warte. Okay. Ha. Ha. Oh, mein Gott. Kann ich auch fliegen im Motorrad? Oh, mein Gott. Ich fliege mit dem Fahrrad. Als ob. Ich fliege damit. Okay, pass auf. Ich fliege jetzt damit ins Ziel. Ich weiß nicht, wie man fliegt. Aus dem Weg. Ich bin ein Profi, Leute. Ich fliege jetzt einfach mit meinem Motorrad. Mit meinem Fahrrad eher. So, warte. Da vorne müssen wir einfach rüber. So. Vorsichtig. Vorsichtig. Nicht ganz einfach. Nicht zu hoch. Alter. Da vorne sieht es nicht ganz einfach aus, Freunde. Da hast du das Ziel. Und, Leute, wir haben es einfach. Oh, ins Ziel geschafft. Was geht ab? Mit dem Ding hier. Hätte ich niemals gedacht, Leute. Guck, wie das aussieht, wenn wir gerade in. Ich würde sagen, Huni Einsatz pro Kopf. Okay. 100 hat damit Spaß gemacht. Okay. Alles klar. Mein Haus zahlt sich ja nicht von alleine ab. Okay, Digga. 3, 3, 1, let's go. Oh, yeah. Er zieht schon ein bisschen vor. Er schießt. Er schießt. Er macht der Müllstart. Deswegen schießt ich ja direkt deine Reifen kaputt. Aha. Hä? Okay. Meiner hier. Komm, rein ins Wasser, mein Bester. Kaspar ist einfach gestorben. Er hat sich eigentlich von alleine ab. Jawoll. Ach, Digga. Ey, es ist spannend. Ey, Jungs, ich häng fest. Ja, super. Nein, stopp. Stopp, stopp, stopp. Danke für ihn mit dir, Jungs. Weg hier, wenn zwei sich streiten, freut sich der. Was war das denn? Hey, wer schießt mich denn hier mit alleine? Ja, Prosso. Nein, ich muss, ich, ich hab den Checkpoint nicht bekommen, Jungs. Nein, ich bin im Wasser. Oh mein Gott, ich zieh durch. Oh mein Gott. Digga, ich hab komplett, mein Auto ist komplett klasse Reifen. Was ist das? Ja, ich hab mal kurz meine Minigun ausgepackt, Max. Digga, ey. Rock, so, ab ins Wasser, mein Bester. So, ja, vergiss es, Jungs. Jungs, Jungs. Wer ist denn hier schon wieder am Start? Jungs. Jungs. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Schieß nicht auf mich. Schieß nicht auf mich. Wir müssen jetzt wieder nach vorne kommen, Rock. Schnell, ich schieße auf Max, Kaspar. Auf Max, auf Max, auf Max. Ich schieße, ich schieße jetzt nicht durch. Schnell auf Max, Kaspar. Du bist in der Hand. Du schwein, Digga. Du schwein, Digga. Du schwein, Digga. Ey, Max, ich komme. Ja, 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 ja. Kommt, wir müssen erst mal nach vorne kommen. Kommt, ich bin jetzt hinter dir, Max. Ja, ich guck mal, was ihr machen lässt. So, das Ding ist, das Rennen hat doch nicht mal richtig angefangen, ne? Oh, Kaspar, 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 Digga. Ah. Hahaha. Ja. Hau rein, Max. Drillt, Mann. Digga. Kaspar? Du stehst auf der schwarzen Liste, mein Bestand. Ich weiß, Digga, was du meinst. Digga, Brox kriegt jetzt so platt. Jungs, ich bin hier, das Ding ist, ihr seid hier auf meinem Strand, ne? Dein Strand sagst du, Digga. Ich bin hier der Bademeister. Ich hab vergessen, dass du umgebeten hast. Ey. Ey, nein. Sag, wir ziehen durch. Ja, Digga, Bademeister. Ey, nein. Max. Sag mal, wo geht's denn da jetzt eigentlich hin? Wo seid ihr denn, Mann? Oh mein Gott. Oh nein, was? Ihr müsst mit Vollspeed die Dings hochfahren. Die Treppe. Nein, nicht mit Vollspeed, Digga. Sag mal, ist da ne Miene? Nicht mit Vollspeed. Schubst mich denn noch. Ey. Du bist, ey, Mann, er hat zum Fahren. Ey, das ist doch nicht der Liste. Ey, Max, hau ab, Digga. Max, hau ab. Ich hau nicht runter. Ich bin hinter dir. Oh, Mann. Ey, Digga, wer ist so ein Unehrenmann, Digga? Weedlock. Ey, Digga, wer ist so ein Unehrenmann, Digga? Ey. Okay, Max. Ey, Jungs. Also, reinhauen. Mach doch nicht diese. Oh Gott. Vorsicht, Leute. Vorsicht. Vorsicht. Ja, genau. Oh nein. Oh nein. Ey. Ey, hört auf. Ey, hört auf. Wir haben einen Platten. Ey, macht ein wenigstens auf der anderen Seite auch. Nein. Oh mein Gott. Digga, kann ich einmal bitte treffen mit dem C4? Das kann nicht sein. Weißt du das C4, Digga? Hau rein. Hau rein, Nello. Warum gehen gefühlt alle nur auf mich, ey? Ach, Leute. Ey. Kaspar. So, komm. Hör auf, Mann. Jain da ins Wasser. Max, Alter. Ja. Du verabschiedest dich jetzt auch nochmal. Und weiter geht's. Ja. Weiß von ehemann den letzten. Nein. Oh nein. Ja. Oh. Ha. Kaspar schiebt den. Er schubbelt, Leute. Er leucht. Mach ihn weg. Ich schubbel nicht. Ey. Ihr Schweine. Ihr Schweine. Oh. Ich hab ihn. Ihr seid ja noch ganz hinten, Alter. Kein Problem. Ja, Digga, du hast doch durchgezogen. Ich schnapp mir jetzt hier auch den Checkpoint, Digga. Kein Thema. Mann. Alles easy. Versuch mal herzukommen, Bro. Ach ja, okay. Okay, wenn du so sagst. Hey. Tschüss, Bro. Der holt eigentlich Kaspar. Digga, ich bin in Vergessenheit geraten, Digga. Digga, Kaspar. Junge, ey. Ich komm nicht mehr noch zum ersten Checkpoint. Kaspar, das kann nicht sein, dass du jedes Rennen in Vergessenheit gerät. Ja, Digga, das ist so schwer. Einfach weg. So. Ey. Ey, Max, Alter. Ganz im Ernst. Das wird ganz teuer für dich heute. Ist da gerade jemand, den meine Annäherungsmitte eingefahren, bevor er den Checkpoint bekommen hat? Gott, ey. Ekelhaft. So, Jungs. Ihr wisst schon, ne? Dass Rot meine Farbe ist. Dann müsst ihr auch gucken, dass wir auf den roten Ring hin vielleicht kommen. So, ich krieg Platten, dann kriegst du auch einen Platten. So. Weiter geht's. Ja. Ey, du bist so. Dass du's versucht hast, Digga. Wen hab ich grad in die Luft gejagt. Digga, dass du's versucht hast, Max, Digga. Ey. Okay, sorry, sorry, sorry. Let's go. Ey, jetzt bin ich ja schon wieder auf dem vierten Platz, Junge. Jawoll. Ey. Kaspar, hätt ich nie von dir erwartet. Was ist los? Ey, warte mal, wer ist denn der Blaue, den Blauen? Das ist Kaspar. Das ist Denno. Warte, das ist Kaspar. Kaspar ist ja wieder da. Kommt. Oh, ich hab auch so gut. Ich hab nicht in Vergessenheit geraten. Okay. Kaspar. Achso, du bist es. Wir müssen uns an Brokso einmal rächen. Let's go. Checkpoint. Brokso, ich glaub du fährst. Oh, oh, oh. Brokso. Du. Max zieht schon wieder durch. Ja, Denno, hör auf, Alter. Ich bin jetzt vor dir. Ich bin ja durch. Ich muss ein bisschen Abstand halten von euch. Das ist nicht gut, wenn ich's nur. Alles klar, ich hab immer nur Angst. So, vorwichtig. Du bist so eine Sau, Digga. Ich hab's genau gesehen. Ich hab's genau gesehen, Digga. Er fährt in die Linke rein. Aua. Ey. Hey. Brokso. Ich komm nicht space, ich komm nicht space. Danke. Denno wurde weggesprengt. Von meiner Mine. Huch. Jetzt geht's hier aber los, Digga. Was ist denn da passiert? Keine Gnade, sagst du? Keine Gnade, Digga. Wir chillen, kurz wir chillen. Was ist denn da passiert? Ey. Digga, ich muss mit deinem Ding weiterfahren. Ich muss mit deinem Ding weiterfahren. Ich muss mit deinem Ding weiterfahren. Ey. Danke für dein Karo. Oh, da ist ja meine Zweifel. Ich hab' mich gelegt. Man darf nicht. Man darf nicht. Man darf nicht. Da liegt Tag noch eine, Digga. Pass auf. So, wichtig. Da liegt Tag noch mehr. Ey, Digga. Wer schießt wieder? Brokso. Brokso. Was ist das hier schon wieder mit Platten schießen? Was ist das? Oh mein Gott, Leute. Dieses Rennen ist wirklich asozial. Dieses Rennen beendet wirklich freundschaftlich. Puh. Alles für 100 Euro. Wir haben Platten, aber ich versuch trotzdem so dicht zu sehen. Leute, wir müssen ran. Wir müssen jetzt rankommen. YouTuber, die für 100 Euro ihre Freundschaft verkaufen. So nenne ich das. So müsste der Titel von dem Video sein. Ey, Digga. So. Dello kurz geholt. Wer war das? Wer war das? Lauf der Kasper durchziehen. Was ist? Ich hab gar nichts gemacht. Ey. Neeeein. Ja, hier. Schnell, schnell, schnell. Schnell, schnell, schnell. Schnell. Und Fullspeed, Fullspeed. Und Fullspeed. Und Checkpoint. Und Checkpoint. Das war ich nicht, Digga. Warum? Das war ich nicht. Das war ich nicht. Ey, nö. Ich hab nö. Pack deine RPG weg. Ich hab's gesehen. Du weißt ganz genau, Digga, was jetzt passiert. Pack deine RPG weg. Ey, pack! Nö, du aus dem Weg jetzt. Wir müssen halt echt... Also, Max, Digga. Nein! Du brauchst mir zu lange. Roxo, wie kannst du hier so schnell rüberfahren? Das ist ja... Das ist ja kein... Keine Omi-Karre oder so. Was soll ich machen, Digga? Dritter Platz. Ich versteh's ja. Ich versteh's ja. Wenn wir uns halt immer wegschießen, man kommt halt nicht weiter, ne? Ah, ja, ja. Ey, warum lädt das bei mir aber so lange? Ja, same, same, Rox. Du hast richtig Glück, dass ich die ganzen Daten verpappt habe. Ey! Jawoll! Oh! 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 Mö, die, Digga! Boah! Ich hätte jetzt die Möglichkeit nicht abzuschießen, ich mach's aber nicht, der noch. Na doch, was machst du, Digga? Ne, mach ich nicht, Digga, mach ich nicht. Wo? Mach ich nicht! Das weißt doch jetzt! Ich schieße dich aber nicht! Ich schau dich einfach runter! Digga, aber warum bist du immer so schnell da? Hol dich nie einer weg! Oh Max, alter. Jetzt muss ich meine Wut an dir rauslassen. Tut mir echt leid. Mann! Ey, Digga, ne. Ich hör echt gleich auf zu spielen, Digga. Das ist nass grad. Ja, ey. Ich mach ne Mine an dich dran, wenn du Faxen machst hinter mir Geld, wenn ich runterfalle, ich jag dich noch mit in die Luft. Ich zieh dich mit in die Luft. Ne, ne, ich mach keine Faxen, ich mach keine Faxen, aber wenn du jetzt, ich sag's dir ehrlich, ich bleib dir direkt am Hintern kleben. Du wolltest dich runterhauen! Nein! Fahr mal lieber noch ein Stück zurück. Ey, Brox, nein, warte. Max, was machst du da? Es sieht nicht gut aus, es sieht nicht gut aus, Gelb. Gelb, nimm's mir nicht übler, aber wenn ich runterfalle... Nein, Leute, ich konnte aussteigen! Da steht er noch! Da steht er noch! Wurde ich auch sogar übernehmen! Ey! Ey, Kasper zieht schon weiter! Was? Was? Kasper zieht schon weiter durch! Ich weiß nicht, was du meinst, Digga! Jetzt kommt her, Jungs! Digga, das ist nicht dein Ernst! Was? Ich hab ihn vor dem Checkpoint vorgemogen! Was? Was? Oh mein Gott, ey! Was? Oh mein Gott, Digga! Was denn für ehrenlos? Ich hab's aber gesagt! Ich hab's gesagt! Ihr habt mich vorhin so lange getroht! Digga! Es wird ehrenlos! Ich hab's gesagt, Digga! Mit Anleitung! Ey, Max hat echt keine Gnade, Alter! Ey, ich seh den Typen mit anderen Augen jetzt, ne! Das hat alles... Mein Weltbild hat das zerstört, Alter! Oh mein Gott! Der Kasper, es bleibt trotzdem auf die Bremse! Ja! Ja! Ich drück jetzt! Ich brems jetzt hier, Digga! Oh mein Gott, Digga! Digga, hoffe, dass ich nicht in deine Nähe komm jetzt! Ja, Perfekt, Digga! Digga! Ich glaub, wir werden noch ein bisschen mehr Zeit zusammen verbringen! So knapp, Digga! So knapp vor dem Checkpoint, Alter! Du Assi, Alter! Du Assi! Weißt du, was jetzt belastend ist? Was ist belastend? Digga, du wärst jetzt die gleiche Situation erleben wie ich! Ich will, dass du's einmal fühlst! Digga, ich hab das doch voll schon gefühlt! Ich wollte, dass du das mal fühlst! Du sollst es noch schlimmer fühlen! Genauso wie ich! Ah, okay! Ja, Digga, ich hab's halt nicht mal da rüber zu fahren, Digga! Okay, aber wo ist Kasper? Ach Mensch! Kasper, was machst du denn da oben? Was geht? Wie geht's dir bei Bester? Alles gut? Ja, genau! Warte, warte! Ja, perfekt, Digga! Genau so! Ach Mensch, blockst du! Willst du jetzt echt die Tour, Digga? Ich wollte kurz umdrehen! Du warst nur im Weg! Ah! Okay! Ich hab schon wieder... Du warst schon wieder im Weg! Endlich gescheuert, Digga! Ey! Geh weiter! Geh weiter! Hier ein bisschen! Ey! Ich häng fest! Ey! Er macht den einfach! Digga, seh zu! Browser kommt! Seh zu! Bremsen! Bremsen! Aus dem Weg! Denno! Oh mein Gott, es regnet auch! Nein! Ich kann nicht glauben, dass ich das geschafft habe! Hier we go! Hier we go! Das ist aber auch wirklich ein ekliges Rennen! Ganz eklig! Denno, jetzt gib doch mal Gas hier! Okay, ich hol dich halt einfach ein, Digga! So! Okay, wichtig! Oh, wichtig! Sieh durch! Sooo! Die sind so beschäftigt mit sich! Da kann ich hier ein bisschen durchziehen! Oh, Max! Oh, Max! Oh, Max! Oh, Max! Ey! Ach, Digga! Ey, Brox! Und Brox, Digga! Nein, Leute! Dankeschön, Denno! Korrekt! Feiere ich, muss ich sagen! Lassen wir das! Und... Ey! Hier bist du richtiges Bananenauto vorne! Ah, Scheiße! So, so läuft das hier nicht! Och! Pass auf! Hier darf man jetzt nicht so schnell! Hier darf man jetzt nicht so schnell! Ah, Kasper, Digga! Warte, Kasper hier vor mir! War's gut, Bruder! Mach doch mal locker, Alter! Der Träger ist jetzt hier! Ey! Ey, Brox! Ey, ihr müsst das langsam machen! Ihr müsst das langsam machen, Jungs! Er sagt langsam! Das heißt, ihr müsst das schnell machen, Max! Nein, nein! Wirklich! Real Talk! Real Talk! Real Talk! Du bist echt langsam! Hast recht! Er hat recht! Er hat recht! Er hat recht, Digga! Oh Gott! Ich mach schnell! Mit Gefühl! Mit Gefühl! Mit Gefühl! Mit Gefühl! Ich hab' den Spielrace gespielt, ne? Oh mein Gott! Lass mich zu! Ich hab dich gelöscht! Nein! Du Schwein, Alter! Ich hab's geschafft! Ich kann's nicht glauben, Digga! Oh! Oh nein! Kasper, Digga! Komm! Okay, ja, Digga! Komm, Bro! Hey! Okay! Wenn du mich runterdingst, ist ich mit runter! Ich mach nichts runter! Digga, pass auf! Wir müssen die wegsnipen! Ja, das ist klar! Snip du die weg! Ich fahr! Also, jetzt reicht's mehr, ne? Broxow! Fahr! Ey! Oh mein Gott! Was? Ey! Denno! Jawoll, Leute! Und die sind... Ich weiß nicht, wo die sind jetzt gerade. Bist du schon ins Ziel? Wie? Nein! Bist du schon ins Ziel gefahren? Du wartest ja wohl! Was ist denn das hier? Du wartest ja wohl! Ist das hier das Ziel? Oh mein Gott, Leute! Ich will nicht ihn vergessen! Mann! Ich will nicht ihn vergessen! Ah, ich würd sagen, Leute! Wir lassen uns das mal schmecken! Oder? Also, ich warte auf Ehrenhaft! Digga, also! Das lässt sich doch jetzt nicht schmecken, Digga! Wenn wir noch drei Checkpoints brauchen, Alter! Ey, du bist so ein... Digga! Ey, du bist so ein... Ah! Junge! Und... Max! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Ey! Ey, Prox! Ey! Prox, mach nicht diese! Ey! Oh mein Gott! Oh mein Gott! So, Digga! Oh Gott! Ey, das ist doch echt klar! Du bist so ein... Ich krieg's wieder ab! Du bist so ein... Mhm! Da ist das Ziel! Nein! Nein, 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 nein! Wasser, Wasser, Wasser! Wasser, 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 Wasser! Das war's mir wert! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Ja, ihr habt... Ja! Das kann ich sein! Das ist das Ziel! Das kann nicht sein! Ich bin direkt vorm Ziel! Oh mein Gott, Alter! Ich bin direkt vorm Ziel! Ich bin direkt vorm Ziel! Ja! Nein! Start mal mit am ersten random vehicle! Zack! Uh! Und... Oh! Ey, ey! Ey, was hast du denn für ein krasses Ding grad bekommen? Was ist denn das? Ey, ich mach mir eher Sorgen um dich! Ja, mach dir mal keine Sorgen um mich! Ich fahr jetzt hier die Twist-Bump-Rampe runter! Oh oh! Oh mein Gott! Oh oh! Ey, au! Oh mein Gott! Au! Okay, wir sollen einfach ein bisschen... Okay! Alter, wir sollen nicht vorsichtig sein! Oh oh! Ey, nein! Ich glaub das war's! Ey, Alter! Mein Ding ist total schlecht hier! Nein! Nein! Nicht in die Richtung! Nicht in die... Oh toll! Okay! Also ich falle beim Ding grad runter! Ich hab mich gefangen! Oh doch nicht! Warte mal! Wo bist du? Ich bin... Runtergefallen? Ich bin in so ner Ruhe gegangen! Ah! Du bist runtergefallen! Okay! Das war wohl ein Satz mit X, Murkan! Dann lassen wir direkt ins nächste rein und gucken... Okay! Ob wir... Ob wir ein bisschen Glück haben! Aber ich hab jetzt hier so ein... So ein Ding ins Alter! Ein... Nissan... GT? Ich seh's gerade! Guck dir mal mein Ding hier an, Alter! Ich hab einen Driftwagen! Damit komm ich auf jeden Fall! Oh mein Gott! Hoffentlich diese Twistrampe runter, Freunde! Oh! Geronimo! Oh! 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 Ja! Ich wurde gut abgebremst! Bro! Ich bin nicht mal gelandet! Ich bin hier runtergeflogen! Oh mein Gott! Nein! Ja! Oh! Okay! Ich hab Glück gehabt noch! Ich hab ganz... ganz bisschen Glück gehabt gerade! Dann fahren wir mal ein bisschen hier lang und... Oh! 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 Ja! Ey, du fährst wie ein Rentner runter! Ich komm gut hier vorbei! Ich weiß! Ich weiß! Aber... Das ist auch nicht so mein... Nein! Ja! Nein! Nein! Schnell Lenk doch! Oh! Nein! Oh mein Gott! Nein! Kurz zum Ende! Nein! Das darf doch nicht wahr! Seid ich fall runter, Alter! Also, da ich jetzt gerade weitergekommen bin als du... Heißt das, dass ich dir jetzt was aussuchen darf? Ja! Und zwar musst du jetzt rückwärts runterfahren mit deinem Rentner Vehicle! Ey! Was? Das hast du gar nicht gesagt! Oh mein Gott! Ich bin ein Ball! Als ob du ne Kugel bekommst! Und du hast nen Panzer bekommen! Okay! Dann fahren wir los! Mal gucken! Mal gucken, ob du mit deinem Ding... Tschüss! Alter! Erstmal rückwärts runterfährst! Ähm... Ich bin... Oh mein Gott! Alter! Ich bin ne Kugel! Oh! Oh oh! Ey! Komm easy runter! Alter! Was, Alter? Wann fährst du? Ich rolle halt runter! Ich komm voll... Oh oh! Flieg raus! Bitte nicht! Bitte! Ich bin... Ich bin raus! Oh mein Gott! Ich bin kurz davor rauszufallen! Okay! Du bist also runtergefallen! Und ich bin hier als Kugel... Ey! Du kannst so cool! Du rollst! Ich rolle halt runter, ne? Das ist das Ding! So! Ab und zu fange ich mich nochmal ganz kurz! Fall runter! Fall runter! Ja! Ja! Alter jetzt! Komm schon! Nein! 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 Hör auf zu rollen! Nein! Was machst du denn? Nein! Ey! Leute! Ich fahre mit meiner Kugel runter! Schnell raus hier aus der Kugel! Oh! Tja! Jetzt bin ich schon wieder weitergekommen! Deswegen machen wir jetzt ganz normal Random Vehicle! Wir können mal gucken, ob ich... Oh mein Gott! Ich habe ein Fahrrad... Das könnte sehr stark sein! Das könnte sehr stark sein! Du hast keine Chance, mein Freund! Mach's gut! Wir sehen uns! Ich bin auf dem Drahtesel! Jemann, du kannst aber doch keine Tricks machen, oder? So! Guck mal! Ich kann damit bestimmt... Oh mein Gott! Niemals! Es geht! Oh! Ich bin auch am Anfang! Ich bin am Fliegen und Backflip! Oh nein! Damit bin ich schon mal ein Punkt voraus! Leute! 1-0 seht ihr oben links! Für mich! Oh! Und ich... Ja! Seht euch auf dem Fall nicht mehr! Das heißt, hier ist schon mal ein Fahrzeug von mir geparkt! Aber ich bin doch noch am runterfallen! Aber Leute! Möken ist doch gut dabei gerade! Hab ich gar nicht gesehen! Du hast ihn nicht gesehen! Alter! Was? Und... Bitte! Nein! Ähm... Warte! Ähm... Nein! Bitte! Ja! Ja! Was? Ja! Was? Du warst dir so viel gesichert! Er hat sich einfach so krass gerettet, Leute! Oh mein Gott! Ich glaub's ja nicht und er schafft's jetzt, ne? Alter! Aber es heißt... 1-1! Punktestand bitte einmal korrigieren! Es steht 1-1! Ich hätte echt nicht gedacht, dass wir es beide gleichzeitig schaffen können! Das ist ja echt unglaublich! Weil ich bin ja weiter gekommen als du, ne? Spaß! Ne, ne, ne! Okay, ich hab jetzt hier ein richtig krasses Fazil! Und zwar... Ich hab ein T20! Kann das Ding hüpfen! So! Komm mal hier! Wuppa! Wuppa! Ey! Weg mit dir! Oh mein Gott! Okay! Also aus dem Weg jetzt hier! Ich bin jetzt hier grad am Start! Zieh Leine! Und mach's gut! Oh oh! Oh sehr gut! Oh oh! Oh oh! Oh oh oh! Okay, okay! Jetzt ist er ganz... Alter! Nein! Ich bin in so eine Kuhle reinge... Ich kann hier was! Komm schon! Komm schon! Ich bin... Oh! Ich bin gut dabei! Ich bin aus so einer Kuhle wieder rausgekommen! Komm schon! Bitte, 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 bitte! Nein! Was? Moment! Nein! Ey! Das ist unglaublich! Also ich bin da rausgekommen, ne? Und ich bin gefangen jetzt hier! Ja! Juhu! Mal gucken, wo du bist! Ich mach jetzt hier den Rückwärtsgang auf entspannt! Wo bist du denn, ha? Und den Vorwärtsgang? Da! Ah! Oh mein Gott! Komm, wir in so eine Kuhle rein! Bitte! Ey! Was, Leute! So, auf entspannt! Er hat einfach... Er hat einfach... Unglaublich Glück! Und guck mal jetzt hier! Zwei zu eins! Er macht direkt den zweiten Punkt hinterher! Und darf mir jetzt sogar noch was aussuchen, Leute! Ey, Leute! Ich hab einfach verloren jetzt gerade schon mal diese Runde, ne? Komm hier rüber! So, ich hab jetzt hier... Hallo, hallo! Pack dein Auto weg! Ich darf dir eine Bestrafung geben! Nein! Oh Gott! Okay! Ich hatte gerade einen richtig coolen Panzer, Leute! Also, guck mal! Ich hab jetzt drei Autos hier gespottet! Ich such dir jetzt eins aus! Und du nimmst auf jeden Fall den ganz vorne! Oh nein! Okay! Ja, das ist eine Bestrafung! Ja, das ist eine Bestrafung! Du nimmst! Ah! Ich fahr auch noch raus! Nein! Ich bin eine Coole! Ehrlich? Okay! Das heißt... Hahaha! Das heißt, das ist gut für mich! Denn jetzt können wir direkt wieder ein neues Fahrzeug aussuchen! Random vehicle! Und vielleicht ein bisschen mehr... Uh, Glück haben! Okay! Du hast auch Glück! Sieht es auf jeden Fall so aus! Ja! Okay! Dann hier aus... Aus dem Weg jetzt hier! Oh! Oh nein! Oh! Bitte! Ja! Okay! Nein! Oh oh! Bitte nicht in die Coole fallen! Bitte! Ja! Guter Abpraller! Wichtiger Abpraller! Oh nein! Oh oh! Ey! Oh nein! Das darf doch nicht wahr sein! Okay! Hänge ich jetzt hier wirklich gerade fest? Ich hänge hier wirklich fest, ne? Wo bist du? Oh mein Gott! Ich seh dich nicht mal! Was mach ich da gerade? Was mach ich da? Hä? Oh mein Gott! Wie? Oh mein Gott! Ich hab mich gerettet! Wie? Oh! Oh! Warte! Komm schon! Ich hab mich doch grad fast gerettet, Leute! Rate mal, wer ganz unten ist! Das ist unglaublich! Der Porsche Fordowin! Ja! Oh mein Gott! Wie ich mich hier gerettet hab, das kannst du dir vorstellen! So! Ich komm jetzt! Wie? Auch wenn ich hier gegen dieses Teile gegenfahre die ganze Zeit! Sag mal! Was ist das für ein Müllauto, was ich hier hab? Okay! Jetzt, Leute! Jetzt! Jetzt komm ich hier! Na! Jetzt bin ich doch hier am Start! Vorsicht! Da kommt was! Oh! Ja! Bitte! Ja! Ja! Das darf nicht wahr sein, Freunde! 3 zu 1 einfach für Müllkahn, Leute! Also! Was ist denn deine Bestrafung jetzt für mich, ha? Nein! Ich bin nett! Du kriegst keine Bestrafung! Mach mal einen Vehikel! Okay! Gut, Leute! Oh! Okay! Damit kann ich wohl schlecht runter! Dann mach ich mal einen Vehikel! Ich krieg einen... Genau! Jetzt! Jetzt bist du immer angefallen! Jetzt steigst du immer aus! Okay! 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 Ich steig aus! Und jetzt? Ey! So! Oh! Der Erste! Der Zweite! Das ist... Hä? Du bekommst keine Bestrafung! Mann! Ey! Ich bin weggelassen! Komm her! Ey! Ey! Das ist unfair! Jaja! Mann! Na gut, Leute! Okay! Dann komm ich jetzt hier! Ohne Sachen! Mal gucken! Was kriegst du für ein Ding, hä? Was hast du für ein Glück? Oh! Schon wieder kein GTA-Auto! Er kriegt so ein richtig krasses, schnelles, ne? Vorsicht! Ich bin Jaguar! Ne Jaguar! Wir haben keine Reifen! Alter! Der bremst halt voll krass ab dann, ne? Oh nein! Oh nein! Ich überschlag mich schon! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Ich auch! Oh oh! Oh oh! Gar nicht gut! Alter! Alter! Ich überschlag mich sogar echt im ganz guten Rhythmus gerade! Oh oh! Ganz vorsichtig! Ich bin auch gut dabei! Ey! Ich glaub das ist einfach meine Map, ne? Breakdance! Okay! Alter! Das darf jetzt nicht wahr sein! Komm schon! Oh mein Gott! Stopp! 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 Oh! Oh! Nein! Nein! Warum überschlägt der sich denn so? Alter! Ich fall schon wieder runter! Was ist denn das? Wo bist du? Ich bin am Ende! Nein! Also fast am Ende! Ja! Ja! Nein! Alter! Das darf doch wohl nicht wahr sein! Das ist so gut! Leute! 4 zu 1! Juhu! Warte! Guck mal dein Fahrrad! Fahrrad? Ey! Du hast weggeschossen! Ich hab's genau gesehen! Alter! Das schafft er schon wieder, ne? Okay! Mal gucken! Vielleicht hab ich jetzt diesmal ein bisschen mehr Glück, Freunde! Random Vehicle! Hey! Wo bist du? Äh! Hier unten! Ich bin hier! Hey! Ich bin hier unten! Was machst du denn? Okay! Dann zeig mir dein Fahrzeug! Alter! Okay! Schon wieder kein GTA-Fahrzeug! Doch! Das ist eine Übermacht! Alter! Du bist übrigens rübergefahren! Mhm! Okay! Aus dem Weg! Alter! Wow! Ich glaub mit Taktik ist es echt, auf dem Rücken zu landen! Glaubst du? Ja! Ja! Ihr sagt dir! Ich hab hier richtig krasse... Ja gut! Ich bin runtergefallen! Tschüss! Ich sag dir! Das ist voll krass! Das ist voll krass, Alter! Guck mal hier, Alter! Ich bin... Okay! Pass auf! Aus dem Weg! Endlich ruhigbezieher wieder einen Punkt, Leute! Wo bist du? Wie klein! Ich bin extrem klein, ja? Ja! Du fliegst runter! Nix da, ey! Und träumst du nachts? So! Oh! 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 Alter! Ey! Das gibt es nicht! Alter! Ich hoffe es nicht überschlagen jetzt! Hör auf! So! Und rein hier! Sehr gut, Freunde! Zwei zu vier jetzt hier der Punktestand! Jetzt darf ich mir auf jeden Fall für dich eine Sache ausdenken! Und ich krieg ein krasses Vehikel, Alter! Oh! Okay! Okay! Dann... Nix da! Nix da! Nix da! Oh! Okay! Dann... Ähm... Würde ich mal sagen... Spawn mal drei Random Vehicles! Okay! Eins! Zwei! Drei! Hallo, Hockey! Okay! Ja, ja! Die sehen echt alle nicht schlecht aus! Ich würde einfach mal sagen... Ich geb dir den... Ja! Aber nur... Wie du meine best... Hä? ...mit zwei vorne! Ja! Okay! Das heißt... Das Ganze ist ein bisschen schwieriger! Mal gucken, wie du dich damit anstellst! Ganz easy! Ich glaube mit meinem Ding... Kann ich mit meinem fliegen oder so? Ich weiß gar nicht! So! Ja! Und hast mir nochmal eingeschossen! Und auch... Und die anderen! Danke! Vielen Dank! Das heißt die Bestrafung ist... Nächstes Mal... Ich verfolg dich! Mit meinem... Wie? Oh! Oh oh! Oh oh! Oh oh! Das ist gar nicht gut! Gar nicht gut! Ich hab gar keinen Grip! Gar nicht gut! Tschüss! Ich bin runtergefahren! Ciao! Nein! Das darf doch nicht wahr sein! Alter! Ich fahr hier mit einem Badmobil! Du auch? Ja! Ey das darf nicht wahr sein, Leute! Und rein geht's ins nächste... Random! Oh mein Gott! Was ist denn das für ein Ding? Ey du schummelst mit deinen kleinen Autos! Das... Nein das akzeptiere ich nicht! Das ist richtig gut! Das hatte ich noch nie gehabt! Das kann auf zwei Rädern fahren! Okay dann zeig mal was du drauf hast! Alter ich kann doch zwei Räder fahren wenn ich will! Was ist das? Hast du so ein Zwei-Rad-Moto-Autorad? Ich weiß nicht! Huiiii! Alter ich bin weiter gekommen als du fast! Oh nein! Ey! Ja! Das darf nicht wahr sein! Das darf doch nicht wahr sein! Das darf doch nicht wahr sein! Aua! Ey! Leute! Ey man! Ey! Au! Ey! Hab mich auch noch rausgeworfen jetzt aus dem Ding! Äh! 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 Na wo bist du schon wieder? Bist du schon wieder unten oder was? Ich bin oben und warte auf dich! Ja! Okay gut! Also bist du auch runtergefallen! Ja! Also bin ich weiter gekommen als du ne? Ja! Ui! So und zwar ist jetzt mal eine Bestrafung! Guck mal! Ich mach einen Deal mit dir! Mhm! Mhm! Was wolltest du grad sagen? Ich kann doch was dasselbe sagen wie ich! Okay sag! Dass das die entscheidende Runde ist! Ja man! Genau! Ich wollt's auch sagen! Und das ist deine Bestrafung! Das heißt wer jetzt gewinnt! Okay! Nein! 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 Das kann nicht fliegen leider! Nicht? Okay! Das kann leider nicht fliegen! Ah mal gucken! Bitte ich aber! Oh nein! Das sieht so aus! Wow! Okay let's gooo! Zaaack! Okay jetzt bitte! Ich brauch jetzt ein bisschen Glück von den GTA Göttern! So das erste Ding! Hu! Oh oh! Ja! Oh mein Gott! Ja! Oh mein Gott! Warte! Komme ich hier wieder raus Leute! Das ist nicht schlecht! Ja! Ich bin wieder raus gekommen aus der Grube! Alles gut! Aber wenn beide unten ankommen dann der erste gewinnt ne? Ja der erste der zuerst unten angekommen ist! Okay! Nein ich hink fest! Was ist denn jetzt los? Nein! Nein! Ich hink fest! Oh nein! Das darf doch nicht wahr sein Leute! Und wo bist du? Ey das gibt es nicht! Ich bin unten! Das ist nicht wahr oder? Alter was? Ich bin unten! Ey okay! Dann hast du jetzt auf jeden Fall auch verdient Leute! Dann hat er sich das verdient! Dann gewinnt heute Mirkan! Ich habe jemanden 100 Euro gegeben der uns eine extrem schwere Rampe baut Mirkan! Was? Ja! Und wir haben jetzt heute 20 verschiedene Fahrzeuge am Start! Und wir müssen probieren mit den Autos runter zu kommen! Und wer die meisten Autos nach unten bekommt bekommt 100 Euro! Ich würde mal sagen wir fangen ganz simpel an mit einem random vehicle! Zeig mal was du hast! Okay! Oh! Oh! Mario Kart! Okay! Ich bin gespannt auf mein Fahrzeug! Ich krieg einfach... Oh! Was? So ein C63S! Ja! Guck dir den an! Okay dann komm wir fahren mal! Welcher Wagen hat mehr Grip ist glaube ich die Frage oder? Ja ja genau! Weil diese Rampe ist einer mit Eis bestückt! Oh! 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 Ähm! Ich brauche Hilfe! Ich brauche Hilfe! Ich brauche Hilfe! Haha! Bro! Okay! Easy! Oh nein! Oh nein! Oh! Oh! Nein! Oh was? Was? Ich fange mich noch! Nein! Ey was? Das ist auf jeden Fall eine richtig krasse Rampe die ihr hier gebaut habt! Da das jetzt gerade nur eine Testrunde war würde ich sagen machen wir beide nochmal Random Vehicle und wir müssen echt vorsichtig sein ne? Das heißt ich hole hier meins! Ey die Autos die wir haben sind krass dieses Mal ne? Was ist denn das? Was ist denn das? Also naja! Also ich habe hier so ein Bananenauto und Lightning McQueen und... Oh! Lightning McQueen! Ist schon cool oder? Richtig cool! Und du hast hier so ein Schneeauto mit so Dingern! Na klar! Du wirst es nicht von mir kommen! Komm dann fahr jetzt mal runter! Okay! Auf Vorsicht! Wolltest du langsam runter? Ich habe hier so einen alten Porsche oder so! Oh Gott! Der hat gar keinen Grip! 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 Meiner hat richtig Grip! Ey was? Ich fall runter mit dem Ding! Na wo bist du? Huh! Wo bist du denn? Huh! Da kommst du! Hier! Was? Ich komme weit! Ich habe ein richtig Grip-Auto! Alter du hast ein richtig krasses Grip-Auto ne? Mal gucken ob du schon das erste Fahrzeug in den Ohren bringen kannst! Das wäre schon mal ein Punkt dann natürlich! Ah! Es ging nach rechts! Oh mein Gott! Da du auf jeden Fall weit gekommen bist als ich! Darfst du jetzt mir ein Fahrzeug von meiner Seite auch aussuchen! Von deiner Seite darf ich dir eins aussuchen! Alter ist das Back to the Fuel? Also zurück in die Zukunft? Vielleicht ja vielleicht! Soll ich das nehmen oder was? Nee es sieht aus als man als fliegen kann! Ich würde sagen du nimmst den großen äh diesen Donkey hier! Was? Mit so richtig fetten Reifen? Ja finde ich gut! Na gut! Okay! Du darfst jetzt einfach einen aussuchen ne? Ich darf mir jetzt halt aussuchen! Aber ich nehme erstmal den Rolls Royce! Okay! Ja der sieht auch echt nicht schlecht aus muss ich sagen! Der ist cool! So okay! Dann ich fahr mal mit meinem coolen! Kann der irgendwas? Kann der springen? Er kann ja gar nichts ey! Er kann nichts! Vergiss mal ohne Schubst! Irgendwann hast du mich ja geschubst! Nee du hast mich geschubst! Okay jetzt komm schon! Du hast mich geschubst! Oh no! Das ist richtig schlecht! Oh mein Gott! Hey! Es tut mir leid! Nein ich rutsche! Ich rutsche! Ich muss hier ganz vorsichtig mit dem Ding runterfahren ne? Hier eben war auch glaube ich ne krasse... Wow! Eww! Ja! Perfekt reingedroppt! Ey mit deinem ersten Punkt wurde das nicht gut ne? Ich brems schon! Ich auch! Alter ich drift dir wie den König! Ah! Was? Oh mein Gott! Niemals! Ich hab auf dich geguckt! Ich grinde! Ich bin raus! Da fliegst du auch! Oh mein Gott! Alter ich fang ich mich noch! Das war so unkorrekt ne? Wo bist denn du? Alles gut! Wahrscheinlich fängst du dich noch oder? Alter Schwede ey! Das war auf jeden Fall echt fast der erste Punkt für mich ne? Aber da bin ich dahin geblieben! Und für dich auch! Dann! Random vehicle! Wow! Ich hab ein GTA Auto! Was? Ich hab ein... Hab ich? Nein! 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 Ich fang nicht! Ich lande drin! Niemals! 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 Was? Oh mein Gott! Ich hab kein Grip! Wo bist du denn? Meine Reifen sind gefroren! Ich bin jetzt raus! Alter! Was? Tja und ich fahr mit meinem Ding hier ohne... Oh mein Gott! Okay ich muss jetzt driften hier! Ich muss jetzt wie ein Weltmeister driften! Woah! Nicht schon wieder dasselbe Ding! Oh! Komm schon bitte Grip jetzt hier! Wenn du da Grip bekommst! Oh mein Gott! Nein! Nein! Da vorne muss man doch nur mit einem Auto hin! Aber ich weiß jetzt gerade nicht wer weitergekommen ist von uns beiden! Deswegen müssen wir beide nochmal ein random vehicle nehmen! Okay! Was ist denn? Ja! Es ist glaube ich ein GTA Auto schon wieder! Aber er sieht aus als hätte er auf jeden Fall einen richtig richtig krassen Grip ey! So ich bin mal gespannt was du für ein Fahrzeug hast! Ja! Ich bin auch mal gespannt! Alter! Motorrad gespannt! Du bist ein Badmobil oder so! Was ist denn das für ein Ding? Ich hab ein Bad-Bike! Oder so! Alter! Okay! Aber das scheint krasses Glück zu haben! Ich könnte mir den ersten Punkt holen! Nein! Alter! Meiland auch! 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 Ja! Nein! Oh oh! Ich bin draußen! Oh mein Gott! Ja! Ja! Oh nein! Da ist ein Windrad! Oh mein Gott! Ein Windrad! Bitte Nils! Oh! Jawohl! Oh mein Gott! Und damit! Hahaha! Habe ich den allerersten Punkt gesammelt! Oh! Ich muss nämlich ein bisschen weiter durchfahren! Da vorne geht es noch ein bisschen weiter hier! Was ist denn hier los? Alter! Hier ist so ein... Alter! Nur für die Champions hier! Okay! Das heißt hier ist mein allererstes Fahrzeug Leute! Also ihr seht hier! Erster Punkt geht an mich! Ey! Du mit deinem Breakdance da! Nicht nur der erste Punkt geht an mich! Sondern ich darf mir jetzt selber ein Fahrzeug aussuchen und dir ein random vehicle von deinen Leuten aussuchen! Oh nein! Ich würde sagen Mirkan! Mich lacht gerade dieses komische Hundeding da an! Steig mal ein! Das ist ein umgebauter Lamborghini! Wahrscheinlich! Das war mir das zu träumen! Wirklich! Na klar! Und ich schnappe mir jetzt hier... Was nehme ich mir dann? Oh! Ich nehme mir den coolen Lightning McQueen! Oh! Buzz Lightyear Reifen! Guck dir das mal an Alter! So! Dann! Let's go! Wir fahren hier... Ey! Ey! Warum schubst du mich schon wieder? Du hast mich geschubst! Da hast du wirklich umgeworden Lamborghini! Alter! Alter! Wir schubsten! Alter! Ich glaube... Oh oh! Alter! Wo fliegst du denn hin? Alter mit deiner Kartoffel! Hä? Wo fliegt das Ding hin? Echt dann raus! Tschüss! Das sieht auf jeden Fall echt nicht gut aus, ne? Okay! Ich fahre mit meinem Ding hier weiter! Gar kein... Gar kein Thema! Oh! Oh mein Gott! Nein! Halt's auf! Nein! Bitte! Ja! Nein! 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 Ey! Das darf doch nicht wahr sein! Ich bin dagegen gekommen eben! Und er kann doch nicht mehr fahren! Du hast einfach ein unverständliches Glück gehabt! Mehr hast du nicht gehabt! Ey! So komm! Dann! Beide jetzt... Aber es war ja die Verliererrunde! Na ja! Mhm! Das war die Verliererrunde! Das heißt... Oh! Mitsubishi! Okay! Alles klar! Du hast so ein Motorrad mit Grip, glaube ich! Hau rein! Ja! Ich hab auch Grip! Hoffentlich! Oh mein Gott! Oh! Nein! Nein! Ich hab gar keinen Grip! Oh! Ey! Mann! Ich rutsche einfach weg! Ja! Was soll ich machen? Nein! 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 Das hat dir nichts gebracht! Nein! Wollrite! Wollrite! Und wo bist du? Bist du noch hier unter... Oh! Da bist du! Ich seh dich! Alter! Ich glaube, der Grinch hat mir hier ein paar Fahrzeuge geklaut! Was soll das denn sein? Aber mir auch! Stimmt! Da fehlen echt ein paar! Ja! Wie unfair! Da wir aber gerade gleich weit waren, können wir jetzt hier wieder ein Random Wiegel nehmen Was ist denn das für ein Ding? Was hast du? Ich habe so einen Elektrobus oder so. Ey, den habe ich schon echt gesehen. Die fahren, davon fahren immer mehr rum, ne? Die sind selbst fahren, ne? Die fahren eigentlich alleine. Das ist richtig krass. Alleine. Vielleicht hat das Ding aber krassen Grip. Okay, es hat überhaupt gar keinen Grip. Meine auch nicht. Alter, deiner slide ist ja richtig krass rum. Ey, aua. Okay. Aber meine, oh mein Gott. Deiner ist Olli. Olli beruhigt dich. Olli, ich fahre den nicht selber, das ist Autopilot. Olli, beruhigt dich. Olli. Oh nein. Olli. Oh mein Gott, was? Nein. Was geht bei dir? Oh, oh. Nein. Verdammt, ey. Bitte. Du bist doch runtergefallen, was? Ja. Du bist sogar weitergekommen. Du bist sogar weitergekommen. Ja, aber man muss. Oh, verdammt, ey. Olli hat es auf jeden Fall gar nicht geschafft hier. So, ich glaube, ich gebe dir jetzt einfach mal ein Fazit, weil ich ein bisschen weitergekommen bin. Ähm, wie wäre es hier mit diesem Range Rover? Aber du kriegst einen Platten. Ey, diese Regie, diese Regie gab es noch nie. Aber du hast sechs Fahrzeuge noch, ne? Gut, dann muss ich mir jetzt ein Rennivehikel nehmen. So, ey. Obwohl. Ey, was ist mit deinem Rennivehikel los? Ja, das sieht cool aus, ne? Ja, aber was ist das? Hä? Das ist doch ein stabiles Ding. Das sieht doch komisch aus. Wieso? Ey. Hier, hier, hier. So, jetzt kannst du einsteigen. Na gut, dann fahr doch, los. Zeig doch, was du drauf hast mit deinem kaputten Auto. Ey, 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 ey. So, und du für euch. Ich wollte dich schräg runterfahren lassen. Oh mein Gott, mein Auto hat gar kein Gefühl. Fährst du runter? Tschüss. Aus dem Weg, ey. Nicht so schnell. Aus dem Weg. Alter, was passiert hier? Ich hab immer noch ein Geländewand. Nicht dein Ernst, nicht dein Ernst. Du bist runtergeschobst. Ich bin weitergekommen. Nicht, mach mich wieder rein hier. Das zählt nicht. Warte mal, ich brauch... Das ist in Ordnung, aber ich brauch einen Punkt. Ey, du brauchst einen Punkt. Ich hab einen mehr als du. Nein, nein, es war eine Ecke. Und jetzt drifte ich hier um die Kurve. Oh nein. Oh Gott, Alter. Da hab ich mich auch verabschiedet. Genau da hab ich mich auch verabschiedet. Genau da. Verdammt, ey. Alter, wir... Oh mein Gott, das Ding ist komplett kaputt. Ich mach jetzt mein Run-in-Vehicle und du deins auch. Und ich hab... Nicht im Ernst. Das ist... Ich hab einen Burger-Shot, Otto. Okay, dann hau rein. Wir sehen uns auf der anderen Seite, Farber. Sag mir Bescheid, wenn du die Kühe melkst. Ich melk da unten die Kühe. Tschüss. Alter, ich hab aber krassen Grip. Alter, ich hab gedacht. Hätt ich gedacht? Das ist der zweite Punkt, ich sag's dir. Das ist der zweite Punkt. Also, du hast so Schienen als Reifen, ne? Ich weiß, die sliden hier richtig perfekt durch. Und wie kommst du voran hier? Sieh ich dich irgendwo? Gut. Wo denn? Ach, da bist du. Oh! Das ist natürlich belastend, Möcklein. Guck mal, ich geb hier Vollgas auch, ne? So. Was? Gar kein Problem hier. Ich schnapp mir jetzt hier ganz kurz entspannt den. Ey, das sieht aus wie... Bei dir sieht's aus wie bei der VOG-WM mit dem Ding. Ich weiß. Ist auch wie bei der VOG-WM. Du grindest... Du fährst einfach runter jetzt in nichts mehr. Guck mal, 360. 360, 360. 360. Bitte, bitte, Windrad, bitte. Oh nein. 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 Oh mein Gott. Nein! Ja! Es gibt jetzt nichts. Und damit ist schon der zweite Punkt gesichert. Ich werde auch erst nur mit dem Ding hier bis hier vorne fahren. Da fährt man nämlich viel, viel zu langsam. Aber Punkt Nummer zwei. Tja, jetzt haben wir sogar schon zwei Punkte, Möcklein. Und ich darf dir ein Fahrzeug aussuchen. Ey, der Grid hat meine Autos ausgetauscht. Ich weiß. Ich sehe, du hast einfach ein Golfauto jetzt hier. Was ist das denn? Ey, der Feuerwehrwagen ist richtig schlecht. Guck dir mal die Reifen an, ne? Ja, ja, deswegen. Nimm mal den Feuerwehrwagen hier. Kannst du den auf jeden Fall nehmen. Ich glaube, der ist sehr gut. Und ich wähle mir jetzt hier auch einen Feuerwehrwagen aus. Ja, aber einen kleineren. Und auch aus Lego. Lego Battle, ich sag's dir. Du würdest hier auf jeden Fall nicht gegen... Was nicht ist... Nein. Ey. Ey. Nein, okay. Ich werde rausgehen. Ey. Ey. Nein, dieser darfst du dich nicht wieder... Doch. Bro. Alter, meiner hat auf jeden Fall gar kein Grip. Meiner hat so gar kein... Ich fahr auch nicht. Guck mal, ich fahr bremsen runter, ne? Ich drück bremsen. Oh mein Gott. Ich auch, ich auch. Oh mein Gott. Ich fahr so. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Nein. Und du? Wo bist du? Ich hab mich gefangen. Ich hab mich gefangen. Alter. Ja. Ja. Komm. Fahr hoch. Fahr doch, du blödes Lego-Auto. Nein. Nein. Ich bremse. Ich hab's. Nein. Ich glaub, ich hol den ersten Punkt nach Hause. Nein. Bitte. Bitte. Wenn du sehen würdest, wie, ne? Dass du würdest, du würdest weinen. Wo bist du denn? Alter, nicht dein Ernst. Nein. Ja, ja, ja. Oh was. Ja, mein erster Punkt. Mit nem Lego-Rettungswagen. Vorsicht, da hinten brennt es. Ich bin da. Ey, das ist ja unglaublich, ne? Ich pack den hier. Das ist zu weit weg. Ja, okay. Das ist ja wirklich unglaublich, dass du das geschafft hast mit dem Lego-Ding. Ah, 2, 1. Dann random, oh, random vehicle. Und zack. Also es ist jetzt grad 2 zu 1, ne? Alter, was ist denn das für ein Ding jetzt hier? Warte mal, bist du nicht vorhin mit dem durchgekommen, mit nem Donkey? Ja, aber... Ich hab nen Fake Rolls Royce. Aber dass der es gepanzert hat. Guck mal, ne Reifen. Wieso? Was ist mit denen? Ich hab Geländereifen. Nein. Ey, bleib stehen. Ey, nein, 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 nein. Ah. So, das ist wieder... Okay. Na, rutsch dir runter, Kollege. Das sind Fake Geländereifen. Das sind Fake Geländereifen. Das sind Fake Geländereifen. Okay, komm, du darfst auch nochmal neu rein. Komm, komm her. Ah, da ist er schon, okay. Alter, meiner hat richtig krassen Grip. Ich kann richtig ausweichen und so. Ja. Alter, krass dein Grip. Das ist wirklich unkorrekt. Das ist wirklich unkorrekt. Alter, ich hab ein gepanzertes Auto, mein Freund. Hey, nix da. Nix da. Du hast reifend, ich hab ein gepanzertes Auto. Alter, dein gepanzertes Auto verliert aber gefühlt jedes Ding. Mein gepanzertes Auto ist keine Panzerung. Oh, nein. Wow. Ey, was? Sehr wichtig, sehr wichtig. Oh nein. Okay, ich bin auch noch auf gutem Wege. Na, aber kommst du da raus? Das ist die andere Frage. Hä? Deine Motorhaube rollt hier runter. Wie? Deine Motorhaube ist hier runtergerollt. Wo bist denn du jetzt? Ja, ich bin hier noch vorne an der Ecke. Okay. Ich komm aber nicht raus. Tja, dann kann ich jetzt mit meinem entspannt weiterfahren. Ha, ha, ha. Oh. Doch. Ich hab meine Reifen drin. Oh, nein. Bitte. Oh. Ja, es geht weiter. Es geht weiter. Alter. Nein. Oh, ich wurde gerade fast von links geschlagen. Okay, ich hab's auf jeden Fall geschafft. Das ist mein dritter Punkt. Wo bist du denn mit deinem Ding? Ich hol mir wieder den ganz unverdient, ne? Guck an der Seite. Wo bist du denn? Das wäre richtig unkorrekt jetzt. Guck jetzt an der Seite. Ich komm jetzt. Nein, da kommt der oben. Ich sehe ihn. Ich komm rückwärts. Was? Ich hoffe, du stoßt das Ding jetzt weg. Nein, ey. So ein... Weg. Ey. Ey, das Auto hat gar keinen Grip, ne? Ich dachte, das wäre ein Geländereifen. Aber hat also... Alter. Ey. Alter. Mann. So, ich pack mein 3-2. Du dachtest, du holst den Punkt, aber war wohl nichts. Tja. Naja, ich hab 3-2. Also es ist ja 3-2 jetzt. Ist in Ordnung. Der Punktestand, der gefällt mir. Dann dürfen wir uns beide ein Fahrzeug aussuchen. Wir haben nur drei Fahrzeuge übrig. Ja. Und ich glaube, ich nehme mir... Ich nehme Superman. Das Ding hier. Das sieht richtig krass aus wie so ein Geländering. Ich hoffe, du kennst das Superman-Auto noch, mein Freund. Wieso? Was soll mit dem sein? Naja, ist... So ein normales Fahrzeug. Ganz normales Fahrzeug. Oh. Was? Hey. Hey, was ist das? Bist du mit dem Wagen? Alter. Wo bist du denn? Oh Gott, ich fahr jetzt hier ganz schnell. Hey. Okay. Ey, was hast du... Mit dem Auto da... Warum schummelst du? Das hast du dir doch gerade gegeben. Guck mal, diese Flanke. Guck mal, wie viel Grip ich hab. Guck mal, ich kann hier hochfahren sogar wieder. Was ist das für ein Ding? Hau bloß ab mit deinem Ding. Du kannst wieder hochfahren. Ey. Okay, du darfst... Alter, was? Ich hab mich gesaved mit dem Teil. Vorsicht, darf ich mal vorbei? Ja, komm doch nicht vorbei, Kollege. Ja. 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 Das grenzt an Mobberei. Warte mal ganz kurz. Wenn ich dich hier raushau, ist das unentschieden. Oh mein Gott. Mal saub, dass du dich nicht selber raushaust. Hau rein, Kollege. War's gut. War's gut. Alter, ich hab so einen krassen Grip mit dem Ding. Ich kann hier easy runterfahren. Gar nichts los hier. Als ob. Als fahr ich auf Asphalt. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott, was ist das? Oh mein Gott. Hey. Wir sind hier ganz kurz vorbei. Oh, warte, ich brem das beide mal aus. Hey. Warte. Wollen wir mal hochfahren? Okay, dankeschön. Kein Problem. Oh. So, dicke Kamerschelle. Das ist ja unglaublich, ey. Wo bist du jetzt? Hä? Wie, wo bist du jetzt? Was ist das denn? Oh. Ich bin da. Nein, ich wollte dir aber noch rauskommen. Ey, das ist ja unglaublich. Ich bin draußen an der Wand gelandet. Und da ich so Antrieb hab, war's für mich wie eine Straße. Alter. Wieder uns ein Fahrzeug aussuchen von uns. Ich glaube, ich nehm mal wieder das Raketenauto. Boah. Alter. Das kann jetzt so verhängendes werden, glaube ich. Das ist zu lang. Nein, ich glaube, das ist richtig krass. Ich nehm den OP Caddy. Der OP Caddy? Ja. So ein Golfauto oder was? Okay, dann komm, let's go. Jo. Ich bin gespannt. Alter, ich hab einen krassen... Ich hab krassen Grip. Guck mal hier, ich Slalomdribbler. Ah. Komm. Komm wieder rein, ruhig. Komm wieder rein, Kollege. Nichts mit mir hier machen. So, wir fahren hier weiter. So, guck mal, ich dich aufspieße. Wie ich dich aufspieße. Guck mal hier, wie ich dich ärgere. Was machst du? Wie ich dich ärgere. Lass mich in Ruhe... Komm noch mal rein, du kleines Mädchen. Ich fahr jetzt hier schön... Wo ist denn du? Ah, da oben. Okay, ich fahr jetzt hier schon mit meinem Raketenauto weiter lang. So. Das hat hier den besten Grip aller Zeiten. Und jetzt drück ich nochmal schön auf Boost. Ey, das hat gar kein... Ich hab gar keinen Nitro-Boost. Der Tank ist nicht voll genug. Au. Au. Alter. Hey. Nein. Oh mein Gott. Halt's auf. Oh mein Gott. Oh mein Gott, ich hab mich gerettet. Ey. Oh nein. Ey, du dachtest du kurz, ne? Ja, ich dachte. Halt's auf für jede Runde. Es ist gerade immer noch jetzt 5 zu 4 für mich. Und da wir beide jetzt gerade schon wieder einen Punkt bekommen haben, heißt es jetzt, dein Mercedes gegen mein Transformer-Auto oder so. Optimus Prime. Hä? Ich glaube, ich hab da eigentlich ganz gute Chancen mit dem Ding. Guck mal, es kann fliegen oder so. Alter. Was hast du für ein Auto? Bist du mal an, Alter, wenn ich hier... Jo. Guck mal, ich fahr einfach, ich fahr einfach so runter. Ich fahr mal vor, ja? Guck mal, ich hab hier Schlitten. Guck mal hier. Warte. 4.000 Schlitten. Guck mal, ich kann jetzt hier... Ich kann nicht abbremsen. Ich kann nicht abbremsen. So. Wenn's Hard of Hard kommt, guck mal. Wuuu. Hey, du... Alter. Du schlitterst ja. Alter. Guck dir's mal an, ey. Ich hab hier so einen Flügel. Okay, aus dem Weg jetzt hier. Ich glaub, da schaff ich mir easy. Da hol ich mir jetzt easy den Punkt. Du könntest aber doch unentschieden machen. Ey. Oh Gott, du fliegst ganz schön weit, Böckern. Wegen dir. Was? Du hast dich gerettet? Oh nein, du Armer. Ja, es war alles wegen dir. Dass du wegen Cheaten gewinnst. Du Armer. Guck mal hier. Ich kann mit dem Bengefühl fliegen. Alter. Und damit steht auf jeden Fall der Gewinner fest. Es steht 6 zu... BAM! 4. Und ich hab gewonnen. Jetzt haben wir wieder Professor Trevor am Start. Ey. Der hat einfach jetzt hier wieder auf dem Schild drauf, wie man jetzt am besten, ähm, mit welchem Fahrzeug man am besten hoch kann, Leute. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Wir haben hier nämlich einmal ein Panzer, ein Kipplaster, dann die ganzen fliegenden Autos und so. Also, gut. Die sollte man vielleicht eigentlich am besten wegmachen. Weil mit dem kann man nicht wirklich irgendwo klettern. Aber sonst, Leute. Haben wir hier eine kleine Teststrecke. Man kann schon sehen, jedes Ding ist ungefähr 10 cm, dann 15, dann 20, also es erhöht sich immer so um 5 cm, Freunde, jede Stufe. Und, ähm, ja. Man kann sehen, dass das Ganze auch nachher mega, mega hoch geht. Und, äh, man wird dann nachher sehen, welches Fahrzeug am höchsten nachher sein kann. Also, jedes Ding hat ein Level. Und ich bin mal gespannt, welches Fahrzeug nachher, äh, welches Level erreichen kann. Nur mit Klettern, Leute. Nur mit Klettern. Also, es ist jetzt nicht irgendwie mit hochfahren. Falls ihr sehen wollt, welches Auto am höchsten fliegen kann, dann stellt irgendwie auch noch das Experiment aus, Leute. Aber jetzt haben wir hier einmal ein sehr, sehr flaches Auto. Den RE7B, Freund. Der ist damals mit dem Cunning Stunt Stilz hier rausgekommen. Und, ob der... Guck mal, die sind jetzt erstmal... Guck mal, jetzt ist er schon bei 10 cm. Jetzt sind es hier 30 cm jetzt schon mal hoch. Und, uff, das tut weh, Leute. Und, äh, und, man kann schon sehen, weiter geht's nicht. Level 8. Der ist bei Level 8 stehen geblieben, Leute. Aber, jetzt haben wir einmal den Desert Raid. Und der sollte ja eigentlich, ihr seht hier schon Level 12, 13, 14, 15, 16, alles ohne Probleme, ne. Der ist natürlich so ein Offroad-Wagen. Aber, ich glaube, irgendwann, wenn das Ding einfach zu hoch ist, seht ihr es schon, Leute. Oh, oha. Level 20. Also, der hat natürlich hier diese absoluten PS. Aber, irgendwann helfen einem auch nicht mehr PS, wenn er einfach vorne schaut, der vorne zu hoch ist, Leute. Also, der ist bei Level 20 stehen geblieben. Was gerade so 95 cm ist. Ist auf jeden Fall gar nicht mal so schlecht. Ist auf jeden Fall gar nicht mal so schlecht. Also, 95 cm halt quasi, der dann hochfahren muss als nächstes. Und, nein, wir haben den Russen, Wladimir. Das ist mein Auto, sagt er. Wir sind jetzt eben wieder am Start. Yeah, sehr nice, Leute. Guck mal hier, wie er jetzt einfach losdüst. Oha. Guck mal hier, wie er losdüst, Leute. Der Russe. Und, er geschafft das. Ja, 35 cm auf jeden Fall der Aufschwahl geschafft. Und, er bleibt bei 35 cm wieder stehen. Die nächste Stufe wäre dann 40 cm hoch. Aber, er kommt nicht hoch, Leute. Und, ah. Oh. Wladimir. Was machst du denn? Jetzt mal ohne Spaß. Aber, vielleicht kommt er ja gleich nochmal wieder. So, Enduro haben wir jetzt auch am Start. Ich glaube, Enduro, vor allem, weil das Ding ja noch ein Weedy machen kann. Ja. Sollte das eigentlich relativ hoch kommen. Ihr seht ihr schon. Level 37. Also, 2 Meter Sprünge sind ja schon fast hier. Und, ah, okay. Also, wenn man legit sagt, ist er bei Level 37 stehen geblieben, das Ding. 180 cm wäre die nächste Stufe. Ja. Mit einem Trick, Leute. Ihr wisst ja, mit ein bisschen Tricksen, da kann man eigentlich auch richtig, richtig hohe Wände hoch. Vor allem mit BMX, Leute. Also, ich sag euch, ne. Eine Wand wäre für mich da kein Problem mit BMX. Also, falls ihr diese Stuntfolgen nicht gesehen habt, wie ich TikTok-Stunts nachmache. Dann checkt ihr auf jeden Fall aus, Leute. Weil, die sind alle mega nice. Dann mache ich zum Beispiel auch BMX-Stunts und sowas. Aber er kommt sogar schon 2,40 Meter hoch. Level 49. Und sogar Level 50 erreicht, Leute. Ja. Und Level 50 bleibt er dann stehen. Die nächste Stufe wäre 2,50 Meter gewesen, Leute. Ist auf jeden Fall nicht schlecht. Aber, Leute. Ich sag's euch. Ich hätte bestimmt 50 Meter oder so geschafft. Aber er denkt sich so, hm. Wie weit kommt dann eigentlich so ein Mensch? So wie viele Zentimeter? Und, ähm. Er probiert es natürlich direkt aus. Wir sind jetzt bei Level 56. 57, 58, 59 sogar. Und schafft es hier noch hoch? Ja, 60. Alter, wie hoch? Leute. Und jetzt kommen 3 Meter. Schafft er einen 3-Meter-Sprung? Nein. Kurz vor 3 Meter, Leute. Aber das ist jetzt auf jeden Fall Franklin dann gewesen. Und. Oh, okay. Guck mal, wir haben jetzt sogar so einen Squad. Na, den Street Blazer. Der kann auf jeden Fall ordentlich Release machen, Leute. Also, der sollte auf jeden Fall ein paar Level gut hochkommen. Hier. Sagt mir jetzt nicht der. Oha. Also, weit wird er ja nicht. Ich glaube, das Squad, das hängt ein bisschen fest, Leute. Das Squad hängt auf jeden Fall ein bisschen fest. Okay. Dann haben wir jetzt noch einmal das Death Bike. Das Death Bike kann, glaube ich, auch einen richtig mächtigen, ja, einen richtig mächtigen Woody sogar machen. Also, sollte eigentlich schon bis Level 40 kommen. Hallo? Death Bike? Hä? Äh. Oh. Das kann ja springen. Das habe ich ganz vergessen, Leute. Das Death Bike? Oha. Das kann ja einfach springen. Wir sind schon bei Level 160. Also, 800 Zentimeter. Also, 8 Meter, Leute. Was? Was? Und? Ah. Okay. Also, höher geht es auf jeden Fall auch nicht mehr. Level 161 für das Death Bike, Freunde. Also, das ist... 8 Meter, Leute. 8 Meter. Ich sag's euch. Okay. Okay. Wir haben jetzt einmal den Custom Donk. Den Faction Custom Donk. Mit den heftigen Reifen. Und... Der bleibt natürlich bei Level 16. Vielleicht auch Level... Oh, nee. Der kann ja noch höher gehen. Guck mal. Der kann sich ja noch höher machen. Ist dann Lowrider, Freunde. Also, ohne Probleme. Kommen sie jetzt hier auf jeden Fall auch schon mal diese Stufen hoch. Und bleibt jetzt leider hängen bei Level 21. Nein. Klappt das? Nee. Das wäre auf jeden Fall cool gewesen, Leute. Der hätte das jetzt hinten runter machen können. Und dann wäre er hochgegangen, Freunde. Also, Level 21 auf jeden Fall für den. Und jetzt haben wir einmal den Tulip. Und ich kann mich nicht daran erinnern, dass dieser Wagen heftig sein soll. Kann der vielleicht auch springen oder so, aber... Ach, der kann Wheaties machen, Leute. Oh, Leute. Aha. Oh. Okay. Er hat sich noch hochgekämpft. Und ich glaube, bei Level 41... Ja. Wird es auf jeden Fall enden, Leute. Also, bis Level 40 erscheint auf jeden Fall der Tulip, Freunde. Ja. Kann man machen. Monster Truck. Mit den riesen Reifen. Ja. Level 1 soll, glaube ich, kein Problem sein. Also, jetzt hier Level 20. Dann, zack. Gib ihm Level 21. Aber man sieht schon... Er hat auf jeden Fall schon mal ein paar Probleme, so. Level 30, Leute. Und... Uuuuh. Er braucht auf jeden Fall gut PS. Ich glaube, viele Level wird er auf jeden Fall nicht mehr schaffen. Außer das Ding kann natürlich ein... Ne, es kann nämlich gar kein Weedie machen, Leute. Also, guck mal hier. Wir bleiben einfach stehen. Bei Level 31 für den Liberator. Hätte ich gar nicht mal so gedacht. Ich dachte, der würde vielleicht viel höher kommen. Jetzt haben wir noch einmal den Wastelander, Leute. Alter. Und der Wagen kommt so hoch, weil er da vorne diese abgedingste Schnauze hat, ne? Oha. Bis Level 47 sogar. Ja, aber höher. Was? Schatz, das ist da noch hoch? Hm. Ne. Level 48 ist der auf jeden Fall stehen geblieben. Ja, Franklin. Was willst du machen, ne? Oh. Kipp-Blaster. Oh, der wird aber nicht so... Der wird aber nicht so nach vorne kommen, Leute. Der wird schnell stehen bleiben. Ja. Weil er halt diese Dinger da hat. Also, der wird nicht höher kommen als irgendwie Level 20, sage ich. Aber er kommt nicht mal bis zu Level 15, Freunde. Also, der Kipp-Blaster... Reingekackt, Leute. Also, jetzt muss er... Ach. Okay. Das könnte jetzt auf jeden Fall ein bisschen interessanter werden. Er hat sich jetzt natürlich umgedreht. Ist jetzt schon bei Level 32. Aber, Leute, das Ding ist natürlich auch mega schwer. Aber das klappt noch irgendwie. Aber ich glaube, groß weiter wird er nicht kommen. Ja. Also, bei Level 32 stehen geblieben. Für den auf jeden Fall auch. Nicht gut, Leute. Gar nicht gut. Also, der ist auch bei Level 32 stehen geblieben. Okay. Was haben wir jetzt als nächstes? Einen Panzer. Der ist bis Level 26 gekommen, der Panzer. Sogar 27. Was? Hätte ich gar nicht gedacht, Leute, dass der so weit kommt. Ah. Ja. Level 29 schafft er nicht, Leute. Der bleibt auf jeden Fall bei Level 28 stehen. Also, der Panzer... Hätte ich aber gar nicht gedacht, dass der Panzer so weit kommen kann, ne? Okay. Was haben wir als nächstes? Den Bagger. Den Bagger. Leute. Level 11. Okay. Der kann natürlich die Schaufel benutzen, aber der wird nicht weit kommen, Leute. Obwohl. Oha. Ah, ne. Okay. Der Trick war gut mit der Schaufel. Aber weit wird er damit, glaube ich, nicht besonders kommen. Also Level 21 ist auf jeden Fall schon mal nicht schlecht, aber da bleibt er jetzt auch stehen. Zwischen Level 20 und Level 21. Für den auch? Okay. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Jetzt haben wir doch einmal den APC. Der Panzer, der quasi... Uiuiuiuiui. Der hat auf jeden Fall PS, Alter. Der hat auf Frontantrieb bis zum Gehtnichtmehr, Leute. Der schallert auf jeden Fall ordentlich rein. Also, der APC bleibt jetzt aber auch leider bei Level 34 stecken. Da kann man nichts mehr machen, Leute. Jetzt haben wir aber einen Panzer am Start. Der kann nämlich springen, Leute. Das sieht man vielleicht jetzt noch gar nicht. Der kann aber, Leute, der kann gleich springen einfach, ja. Also, der Scarab ist das. Und zack, Leute. Ohne Probleme wird er jetzt hier erstmal über die ganzen Dinger rüberkommen. Er ist jetzt sogar höher als dieses Deathbike. Bei schon Level 165. Und... Ah, ich glaube, 166 wird schwer. Also, der bleibt bei 165 stehen. 820 Zentimeter. Ist nicht schlecht. Kommen wir jetzt aber auch noch zum Ruiner 2000. Der kann nämlich springen. Und hat sogar noch ein Fallschirm. Und kann sogar noch Wheaties machen. Also, das Ding ist auf jeden Fall echt eine Klettermaschine, kann man so sagen. Also, jetzt hier. Könnt ihr sehen, wenn er mit Wheaties nicht mehr weiterkommt. Hm. Kein Problem. Einmal ganz kurz, Leute. Springen. Ohne Probleme. Zack. Und jetzt wird er wahrscheinlich mega weit kommen. Ich glaube, allein dadurch, Leute, wird er... Uff. Ihr seht schon. Level 200, Freunde. Und Level 201 sogar auch. Also, der hat einfach 10... Also, 1000 Zentimeter erreicht. Also, 100 Meter ist er jetzt hoch, Leute. Das ist schon mega krass, wie hoch der einfach springen kann. Also, der ist, ähm... Wahrscheinlich Spitzenreiter. Aber ich glaube... Ne. Also, 203 schafft er nicht mehr. Dann wird es einfach zu hoch. Aber, 1005 Zentimeter für den Ruiner 2000. Puh. Das ist auf jeden Fall eine Strecke, die man sich mal eben so erlauben kann, Alter. Aber, Leute. Es geht natürlich auch noch den Oppressor. Und der Oppressor, der kann natürlich mit seinen Flügeln mega, mega weit springen. Also, ich dachte eigentlich, wir lassen die fliegenden Sachen weg. Aber anscheinend... Also, gut. Das ist ja nicht nur ein unendlich Flieger, ne? Aber hier, ihr könnt schon sehen. Das Ding. Wir brauchen größere Stufen für dieses Fahrzeug, sagt er. Yo. Level... Ach, als ob. Level 1959. Das sind 800 cm, der ja gerade geflogen ist. Was? Okay. Also, der ist auf jeden Fall bis Level 1000 Uhr was gekommen. Der Scramjet, Freunde. Ich denke mal, bei dem sieht es auch genauso gleich. Der kann nämlich springen und boosten. Klar, so ist er natürlich sehr tief. Also, so kommt er wahrscheinlich nur bis Level 9. Aber der Scramjet kann natürlich springen und boosten, Freunde. Und mit dem haben wir zu euch auch ein paar Stunts gemacht. Also, falls ihr die Episode nicht gesehen habt mit den TikTok-Stunts, mit dem Scramjet, dann checkt ihr auf jeden Fall aus, Leute. Das ist Scramjet auch auf dem Funnel drauf. Und jetzt gucken wir mal ganz kurz, wie hoch dieser Scramjet kommt vom Level her. Und ihr seht es schon. Level 2000. Level 3000. Level 4000. Level 5000. 50000, Leute. Einfach mal 2,9 Kilometer? Ne, 290 Meter. Ach so, okay. Ach, dann war ich ja eben blöd. Dann war das eben 10 Meter und nicht 100. Oder bin ich blöd? 290 Meter? Ah, ne. Okay, schon gut, Leute. 290 Meter ist auf jeden Fall korrekt. Krass, wo das Ding einfach fliegen kann, ne? Jetzt haben wir mal ganz kurz die Resultate von den ganzen Fahrzeugen, die wir getestet haben. Ja, man kann sehen. Ja, manche waren dann einfach nicht so gut, Leute. Level 10, Level 11, Level 12, Level 12, 13. Okay, er hat sogar noch andere getestet, die wir gar nicht gesehen haben, Freunde. Also er hat quasi jedes Auto getestet, wie es nur geht. Und jetzt bin ich mir auf jeden Fall am Ende gespannt, was da so viele Fahrzeuge sind. Hier kommen nämlich jetzt langsam die dicken Fahrzeuge, Freunde. Zum Beispiel der Bruiser, der Ruiner, der Oppressor und der Scramjet. Also das Scramjet ist das beste Fahrzeug, was man sich aussuchen kann, Freunde. Bängel, komm von meinem Auto runter. Was soll das? Ich wollte mich doch nur hinsetzen. Ey, okay, pass auf. Wir machen jetzt hier erstmal ein richtig, richtig krasses Autobattle. Und zwar habe ich meine ganzen roten Autos. Du hast deine ganzen gelben Autos. Und wir müssen auch probieren, die Mega-Rampe zu überqueren. Dabei haben wir aber auch noch die Random-Fahrzeuge, Möckhan. Und ich würde sagen, starte mal mit deinem ersten Random-Fahrzeug. Das lasse ich mir nicht zweimal sagen. Oh, was ist denn das? Das wirst du doch niemals schaffen. Ach nein. Okay, warte mal. Ich komme jetzt auch mit meinem ganz kurz. Und rein in mein Random-Fahrzeug. Mal gucken, was ich bekomme. Was? Also du wirst auf jeden Fall keine Chance haben. Was ist denn das für ein Ding, Bro? Ja, guck mal. Kommst du überhaupt hier hoch? Na klar. Und ich gehe... Du bist durchs erste Wasser durch. Okay. Ich habe Level 1. Warte, warte. Gebt mal jetzt noch. Gebt mal jetzt noch. Hey. Nein. Nein. Oh, ne. Wo ist mein Motorrad? Mein Motorrad ist in der Ritze drin. Ey, das war's. Ich komme nicht weiter als 1. Du auch nicht? Ne, ist kaputt. Ey, als ob wir nicht weiter als 1 gekommen sind. Hä? Ich dachte, du kommst voll weit. Ich dachte auch, ich komme voll weit. Hä? Na, du war auf jeden Fall. Mach dir nicht Pech mit deinem Random-Fahrzeug. Gas möckern. Würde ich mal sagen, nimmst du direkt mal noch ein Random-Fahrzeug, bevor du jetzt ein... Ja, aber diesmal mit Spass hat eigentlich so, wie es ist. Ja, zeig mal. Yo. Was ist das denn? Es ist ein GTA-Auto. Nein, es ist das GTA-Auto. Ja. Ach, nein. Tja, dann komme ich jetzt mal mit meinem Random-Fahrzeug. Und, Rainer. GTA-Auto. Ja. Du bist abgeschleppt. Du bist abgeschleppt. Geh weg hier. Warte. Ich mach dich ran hier. Kein Problem. Ich weiß gar nicht, wie das geht. Doch, doch, doch. Ganz vorsichtig. Ich muss nur... Ja? Oder? Muss ich das einfach nicht nur ran machen? Also, irgendwie will das nicht rangehen. Aber kein Problem. Ich werde jetzt trotzdem in der Rampe... Doch, ich hab dich dran. Wie? Ich hab dich dran. Oh mein Gott. Aus dem Weg. Okay, warte. Wir sind schon mal... Über Level 1. Ey, was ist das für ein krasses Ding? Das hat voll viel PS. Level 2. Oh mein Gott, Bro. Ich glaub, ich geh auch nicht. Bro, was? Du wirst hier richtig... Mein Auto ist kaputt. Nein. Deins auch? Nein, meins geht noch. Aber ich komme nicht hoch. Ja, meins ist kaputt. Ich muss dich loslassen irgendwie. Geh weg. Hilfe. Ja. Nein. Ey. Ey. Das ist der Auto voll. Das hängt hier irgendwie fest. Oh Mann, ey. Das kann nicht sein. Wir sind einfach bis Level 2 gekommen erst. Naja, da ich dir hier auf jeden Fall jetzt gerade echt ganz schön Hops genommen habe und trotzdem vor dir war, nimmst du jetzt mal hier das kleine Fahrzeug. Ach nein. Aber das ist gut, ne? Oh, das ist gut. Ich meine, ich nehme jetzt das hier. Das hat einfach richtig, richtig krasse Reifen hier am Start. Du wirst auf jeden Fall keine Chance haben hier gegen meinen richtig krassen... Oh. Ich meine, mein Reifen ist größer als du, ne? Das stimmt tatsächlich sogar. Ja, okay, okay. Dann fahren wir los jetzt hier. Let's go. Let's go. Und das Ding ist, am Ende der Rampe wird auch irgendwann irgendwas krasses geben. So, hier. Easy. Ah ja. Vorsichtig. Aber ich komme echt noch easy durch, muss ich sagen. Oh mein Gott. Also Level 2. Was mit dir? Oh, ich komme noch gerade so hoch. Hey, du fährst... Einmal runter wir durch. Aber geht das noch? Meine Autos gehen kaputt. Ja. Es ist jetzt kaputt und ich kann noch weiterfahren, ne? Oh mein Gott. Ich fahre noch weiter. Bro. Oder? Frank. Fahr ich noch? Ich fahre noch. Ich fahre noch. Was? Frank. Ich bin jetzt hier gerade Level 45? Hä? Oh, das ist sogar schon das Ziel. Easy. Let's go. Easy. Oh nein. Fährt es noch? Es fährt noch. Bro. Was? Bro. Oh mein Gott. Noch tiefer. Ey, das werde ich nicht schaffen, Bro. Das werde ich niemals schaffen. Welches Auto... Ah. Ey. Alles klar. Nein. Nein, fahr da hoch, bitte. Nee. Welches Auto soll das schaffen? Ey, das muss ein krasses Auto sein, Leute. Aha, wo sind alle deine Autos in Wölkern? Bro, hä? Ey. Ey, die wurden einfach gerade eben weggespult in so einer Welle, Leute. Ich habe noch ein paar da. Da wurden noch ein paar mit erwischt. Okay, dann spawn mal dein Random-Fahrzeug rein. Das muss ja nämlich ein Random-Fahrzeug rein. Ich brauche einfach gleich eins von dir. Ja, genau. Oh. Bobcat. Was? Bro, das kann der Win sein. Ja, warte mal ab. Ich habe jetzt nämlich hier einen... Oh. Okay, diesmal weiter schlau. Diesmal weiter schlau, Bro. Kannst du es gar nicht schlau machen? So, ich fahr schon mal vor. Okay, okay. Oh, oh, nein, nein. Komm hier. Nein. Ja. Ey. Steh, 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 bevor die Welle kommt. Bevor die Welle kommt. Oh, nein. Mach an, mach an. Mach an. Oh, nein. Meins ist abgesoffen, Bro. Ich bin runter. Ich bin... Wo bist du? Wo bist du? Hier unter Wasser. Ah, ha, ha, ha. Siehst du mich? Da fällt es runter. Ja, ich sehe es. Aber das Problem ist, mein Motorrad ist auch nicht wirklich gerade weit gekommen. Also das müssen wir mal ganz was von der Strecke mal beherbringen. Dann spawn mal wieder dein random Vehicle rein. Nö, ich bin weitergekommen. Okay. Und ich möchte, dass du diese alte Schrottkarre da hinten nimmst. Nein, sag dich hier diesen komischen Opel oder was soll das sein? Was ist das hier für einer? Den Opel, Popel. Oh, nein, Bro. Das ist so ein GTA-Auto. Jetzt siehst du meinen Wagen. Bist du ready? Okay, zeig her. Zeig her. Was hast du jetzt? Oh, was? Was? Bro, was? Das ist so ein Zugrufsauto. Ist das ein Klinikseck? Ich weiß auch nicht, was das für ein Ding ist. Oh, nein, das ist nicht so schnell. Oh, nein. Ich glaube, das ist ein GTA-Auto oder so. Okay, dann fahren wir los. Wir fahren mal los. Ich sag dir, ich werde mit meinem Ding besser sein. Ey, du fliegst ja um die erste Chance. Ja. Oh, mein Gott. Okay, ich bin schon um die erste. Warte. Ich bin über das zweite Level gekommen. Ich fliege über die einfach drüber. Ey, wie unfair ist das denn? Ich warte hier auf die, du fangst hier nicht weit. Bro. Wie? Was? Der Power, der Powerwagen. Oh, nein. Oh, nein. Oh, Gott. Das wird auf jeden Fall nichts. Leute, das wird auf jeden Fall nichts. Oh. Oh. Ich hätte fast... Ähm. Nein. 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 Das hätte fast was werden können. Ja, bei mir auch. Nee. Ich seh's gerade, Bro. Ach, verdammt. Schade Schokolade. Also, drei Autos hab ich noch. Aber das Ding ist, dafür, dass ich jetzt sogar... Bin ich jetzt nicht grad sogar weitergekommen, ne? Du bist... ...verteidigung. Ja, du musst jetzt den Random-Fahrzeug spawnen. Okay. Und du... Äh? Was? Es ist ein Lambo. Es ist der Lamborghini-Sian Roadster. Ich hole mir jetzt auch ein krasses... Oh, okay. Aber ich kann mit dem Ding noch ein Release machen, oder nicht? Nee, ich glaub, das ist keiner. Nee, das ist echt keiner. Oh, doch. Was ist das? Bisschen. Bisschen. Okay. Bist du ready? Ich bin ready auf jeden Fall. Dann... Weil ich... Gibt's auch Vollgas. Oh, Gott. Komm, bei mir war's grad... Bei mir war's grad einfach nur ne Dusche fest. Ja, ja. Bei mir ist das auch grad nur ne Dusche. Denk mal, mein Wagen ist trotzdem höher als deine, ne? Jetzt kommt die Geschwindigkeit an. Jetzt! Jawohl! Oh! Okay. Oh mein Gott. Mein Motor war grad ganz kurz aus. Wo bist du denn? Oh mein Gott. Ah! Fast ne richtige Arschbomba. Nein! Fährt sich mehr? Ey, was ist das für Autos? Okay, warte. Ich fahr ganz kurz in meinem... ...must dann hier wieder ins nächste Level rein. Komm schon, Speed! Ja! Ja! Nein, nein, nein. Oh, nee. Nee, ist kaputt gegangen. Kaputt gegangen, leider. Verdammt! Dann, ab geht's wieder! Oh! Hey! Spawn der Renem Fahrt so jetzt rein hier. Wieso kommst du noch weiter? Du gewinnst mit gar keinem. Ich bin hier... Ich bin bis jetzt hier Sieger der Herzen. Okay, spawn mal rein. Ja! Das erste war, dass ich einen Motorrad hab. Ja, ist nicht schlecht. Aber ich hab nämlich hier... Oh! Der Classic-Boss. Was? Bro, ist das nicht so ein... Ist das ein GTA-Auto? Das ist, glaub ich... Ich weiß gar nicht, Digga. Nein, oder? Äh, nein, nein, nein. Das ist... Das ist ein Maybach. Maybach! Oh! Was? All right! Mach's gut! Wir sehen uns, Rentner! Ja, ja, ich bin mit dem Ding. Pass auf! Das ist voll schnell. Ich schüpf hier einfach rüber. Ja, ja, ja. Ey, was? Ey, ey! Yo, 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 yo! Oh Gott, das überliebt du niemals. Niemals kommt er durch. Ja, ich wusste es. Und guck mal, mein Maybach, ne? Der fährt hier durch. Guck mal, das ist alte Technik. Guck mal! Das ist alte Technik! Fährt hier immer noch... Oder? Doch! Doch! Nein, nein, nein! Nein! Nein, er kommt die Rampe nicht hoch! Er kommt die Rampe nicht hoch! Weil er nicht genug PS hat! Nein, weil er ein Rettnerwagen ist! Bro, das glaube ich jetzt nicht, oder? Das glaube ich jetzt nicht! Ey, das glaube ich jetzt nicht! Ja! Ey, das glaube ich jetzt nicht! Weißt du, wenn ich seitlich fahre? Der Trick ist verboten! Der Trick ist verboten! Dann kommt jedes Auto hoch! Rückwärts? Ne, auch nicht, ne? Gib Gas! Was? Was? Nein, nein, nein! Oh, nein! Nein, nein! Das war's, mein Freund! Nein, 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 nein! Nein! Na, und es ist zum Boot geworden! Es ist zum Boot geworden! Och, Mann! So, du Schwimmer jetzt hier! Jetzt pack mal deinen richtig krassen, äh, random Vehicle-Spot aus! Ja, zeig mal! Zeig mal, was du drauf hast jetzt hier! So, okay! Willst du euch zeigen? Willst du zeigen? Ich sag dir, ich nimm mal gleich... Eeeel! Ich geb' euch ein richtig ekliges... Au, T20! Ist in Ordnung! Au! Ist in Ordnung! Ich spawle jetzt hier, ja? Ein... Oh, ja! Das hattest du doch schon! Was? Das ist unfair! Was? Das ist der mit Hydraulik! Das ist der mit Hydraulik, ne? Aber das ist nicht normale Hydraulik! Ich kann irgendwie... Oh, mein Gott! Ich kann mich richtig hoch machen! Guck mal! Hau rein! Zeig mal! Ha! 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 Ja, was hast du jetzt? Was hast du jetzt? Was hast du jetzt? Ey! Ey! Ich nimm dich mit! Ne, ne, hau rein jetzt hier! Ich fahr jetzt einfach ganz kurz! Easy peasy! So, komm mal hier! Eigentlich komm ich jetzt ja hier über jede Höhe rüber, ne? Glaube ich nicht! Hä? Wäre krass! Hä? Aber ich bin schon schon... Bro, ich komm nicht mal die Rampe hoch! Ja, ich bin auch abgesoffen! Oh, Mann! Nein, 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 nein! Hey! Das kann doch nicht sein! Nein, 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 nein! Ach, nö! Krass! Ich hätte mehr gedacht, ne? Ey, ohne Spaß ist der unglaublich jetzt! Das ist der jetzt echt gerade unglaublich! Okay, dann sag mal, welches von den drei Autos hier fahren soll! Guck mal, das Ding ist, ich möchte, dass du nass wirst, deswegen nimmst du das Cabrio hin! Ey, ich glaub's ja nicht! So ein Asi, Leute! Okay, dann spawn mal dein random Fahrzeug rein! Ja! Mal gucken, was du bekommst! Jetzt immer noch unverdessen, dass alle meine Autos abgespült worden sind! Aber! Nein! Das ist nicht dein Ernst! Leute, ihr wisst, was das für ein Auto ist, ne? Ich weiß nicht, wie das geht! Ja! Was ist das ungetunte? Das ist ungetunte? Hey, das ist doch... Ah! Das ist der Imported Deluxe und der kann nicht fliegen. Ah! Nein, wie fliege ich? Ah, mit rechten D-Pads! Geht's nicht! Jawohl! Ey, der Zug früh gefolgt! Guck mal, jetzt hier kleine Dusche für mich! Easy peasy! Ja, guck mal, auch rein! Auch rein, Kollege! Ich werde jetzt nicht ganz kurz mit Speed! Ah! Ja! Ja, ich auch! Nein, mein Autos kaputt! Hey! Mein Auto ist kaputt! Mein Auto ist kaputt! Guck! Oh Gott, warte! Oh, oh! Okay! Oh! Okay! Nein! Aber ich glaube, du kommst nicht höher, ne? Du kommst nicht höher! Blub, 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 blub! Ja, das tut mir jetzt gerade leid für dich, dass du nicht höher kommst! Also, so viel Pech kannst du auf jeden Fall nur du haben, Hürgern! Das ist halt echt nicht normal! Soll ich eins von denen nehmen oder random? Nein, du musst jetzt ein random Fahrzeug nehmen! Ich bin ja sogar weiter gekommen als du! Ja, ja, ja! Und spawne! Äh, ja, gucken wir mal, wie weit ich komme! Also, ich glaube nicht, dass du mit dem Boot reinkommst! Also, du kannst vielleicht im Wasser weit kommen, aber... Ey, was bekomme ich denn? Was ist denn das für ein Ding? Damit darfst du auch nicht fahren! Nee, nee! Was ist das, Bro? Bist du ready? Ich bin ready! Jetzt bau mal das auch rein! Piu! Okay! Was ist denn das, Bro? Ich habe hier ein GTA-Auto auf jeden Fall! Was habe ich hier so? Ein Zukunftsmotorrad? Ja, du hast ein richtig krasses, getrunkenes Motorrad! Aber es ist ja gesagt, die Motorrad ist dir nicht gut! Deswegen, wie du willst jetzt sehen, ich komme mega weit, du kommst auf jeden Fall nicht mega weit! Ja, das war es dann, glaube ich, die Lösung! So, wo bist du denn jetzt hier gerade? Aha! Wo ich bin! Hier! Naja, fall bloß nicht runter! Ey! Ja! Okay, dann mal gucken, wie weit du kommst! Ich komme jetzt hier deutlich weiter! Und da... Ja, da springt er nämlich ab! Das ist so normal! Das ist nämlich das Auto, mit dem ich hier locker am weitesten kommen werde! Gar nicht! Es ist aus! Ey, das kann doch nicht sein! Immer so bei der Stufe ungefähr, so bei 40 ist das immer so! Doofe Autos! Ich weiß doch nicht, ob das ein Auto gehen wird, was es schafft, Digga! Doch, locker, das musst du halt nur fliegen können! Ha! Wähle ich dir jetzt normales Fahrzeug aus, das du nimmst? Das Ding ist, das sind halt alle von dir weggespült worden, ne? Aber spawnen mal ein random Fahrzeug rein! Das Ding ist, ich spawn jetzt eins mit der Ananas-Kraft! Okay, Ananas-Kraft! Ananas! Ey! Naja, ist vielleicht nicht so verkehrt, ne? Mal gucken, ich spawn jetzt eins mit der Franklin-Kraft! Ey! Oh! Oh! Das könnte sein, ne? Was ist das, Bro? Das könnte sein, ne? Das ist einfach Monster Truck Nissan! Oh! Hä, meiner ist nicht so schlecht, wie ich dachte! Ey, was? Meiner ist nicht so schlecht, wie ich dachte! Ey! Ey, ich hätte es aber nicht rüber geschafft! Und dank dir habe ich es rüber geschafft! Ja, ja, okay, warte, ich komme mit meinem Monster Truck deutlich weiter! Füß an! Yo, ich fliege aber rüber! Was? Der hat sogar, warte mal! Der hat sogar einen Boost! Wow! Wow, der hat einen Boost! Nein, nein! Der hat einen Boost! Oh, oh! Oh nein! Vorsichtig, 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 vorsichtig! Bitte auch noch Krabbe! Nein, oder? Ja, aber ich habe sogar einen Frontflip! Okay, warte! Aber niemals ist es das Letzte! Ich komme locker jetzt easy zum Ziel! So, warte mal, vorsichtig! Warte mal, vorsichtig! Boost denn! Und, warte! Mein Gott! Der dreht die ganze Zeit durch! Wenn du boostest, dann kriegst du drüber! Wuhuuu! Yeah! Easy peasy! Nein, das kann nicht sein! Nein, Bro, du brauchst echt ein fliegendes Fahrzeug! Ich hätte... Nein, ich hätte... Nein, das Problem war, wenn ich rübergeflogen bin! Das hättest du als Rampe nehmen sollen, ich Idiot, Alter! Nein! Ey, ohne Spaß, wie viel Pech kann man haben, Alter! Du hast es nicht geschafft! Na gut, dann mach du jetzt! Dann zeig mal, was du drauf hast! Wow! Ey, das ist unfair! Waaat! Ab, die Job! Ey, jetzt hatte ich doch gerade ein Fahrzeug! Oh mein... Nein! 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 Ey, 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 ey! Tillt, tillt, tillt! Abstand! Abstand halten! Ich hab hier nämlich einen Drachen! Oh nein, nein! Ey, okay, fahrt gut! Naja, jetzt jag dich jetzt mal ganz kurz ein bisschen. Oh, oh, nein. Ich glaub, du musst jetzt aber neu spawnen. Spawn neu, spawn neu. Ja. Ja. Okay. Naja, das kann das nicht gelten lassen, ne? Ach, man. Aber ich kann die natürlich auch aufhalten, das ganze Ding. Ey. Whee. Okay, pass auf. Du kannst auch mal ein BMW hier nehmen, wenn du willst. Nö. Möcht' ich nicht. Ich bin ready für dein random Fahrzeug. Whee. Zeig, was du drauffahrst. Oh, oh. Oh mein Gott, was ist das denn, Bro? Bro, das hab ich noch nie gesehen. Es ist nicht mal ein Maiba-Resistent. Hä? Ein Emperor Skeletoreros? Ey. Auf jeden Fall ist er Feuer. Ist er Feuer-Resistent. Das ist Feuer-Schutz. Fahr mal los mit deinem krassen Wagen. Ja. Ist wahrscheinlich so ein 1.000 Euro-Auto oder sowas, ne? Ja, ja. Das ist ehrlich. Ey. Na, wie weit kommst du? Wie bitte? War's das schon? War's das schon? Ich geh einfach zu Fuß. Ja, okay. Hau rein. Ich lieg mit meinem Drachen. Oh nein. Warte. Von Rampe zu Rampe. Alter, der Drache ist sogar richtig schnell, ne? Der ist krass. Übertrieben schnell. Hä? Ich komm jetzt einfach easy, Bro. Ich komm einfach easy ins Ziel. Zack. Ich bin im Ziel, Bro. Oh, warte. Warte. Vorsichtig. Und ich bin im Ziel. Au. Pisi, Pisi, Pisi. Ja, und was ist heute dein Gewinn? Mein Gewinn ist heute ganz viel Feuerwerk. Und ich hab da dran geklaut. Ey, klau nicht meinen Drachen. Ja. Hau. Klau nicht meinen Drachen. Bum. Bum. Ich bin. Ich bin im Drachen ausgeschaltet. Und damit hab ich gewonnen. Wuhuu. Professor Trevor ist wieder am Start. Und hier veranstaltet sich direkt schon mal. Leute, man kann sehen, was ich quasi meinte damit, ne? Lasst auf jeden Fall einen dicken Daumen nach oben da, wenn ihr davon noch mehr sehen möchtet. Auf jeden Fall auch noch ein Abo, wenn ihr keine weiteren Video verpassen wollt. Und checkt auf jeden Fall noch Jan zuhause, Freunde. Subscribe, abonniert ihn, abonniert ihn, alles mögliche. Und man kann sehen, jede Wand, Leute, geht quasi ein bisschen tiefer. Und wir können nachher sehen, welches Motorrad hat quasi nachher so die niedrigste Fläche nach unten, wenn man drauf sitzt. Und man kann jedes Mal sehen, es geht immer ein Zentimeter weiter runter. Und dann gibt's natürlich verschiedene Level. Guck mal hier, man kann's sehen. Oh, er kam nur bis Level 6, beziehungsweise nur bis Level 5. Und ist ab Level 6 gescheitert, ja? Und genau das sehen wir heute. Und zwar haben wir jetzt hier natürlich auch nur weiche Sachen oben am Kopf, ne? Damit sich natürlich auch unsere Stuntfahrer nicht verletzen, ne? Hier war Stuntfahrer Nummer 1. Er fängt direkt an mit einem Fahrrad. Also es ist nicht nur ein Motorrad, sondern anscheinend alle zwei Rädler. Und ja, es sieht eigentlich aus. Okay, wir gehen direkt rein ins Geschehen. Trevor ist auf jeden Fall ein guter Ding. Und der strampelt schon mal los und kommt auf jeden Fall schon mal sehr, sehr weit. Es kann natürlich sein... Oh, 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 oh. Okay. Level 19, ja? Frank dann so... Ei, ei, ei. Oh. Ähm... Oh, doch, er steht auf. Alles gut, Leute. Oh, wir dachten grad schon, ne? Oh, dem geht's nicht so gut. Ja, gut. Der hat anscheinend eine leichte Geschütterung oder sowas. Äh... Gut. Nächstes Fahrzeug. Die Sanchez, ja? Das Motocross, Freunde. Und er ballert auf jeden Fall schon mal voll rein. Und man kann sehen... Oh, das wird jetzt aber wehtun. Das wird wehtun, Leute. Ah... Ah... Aua. Okay. Erst bis Level 25 kommen wir. Aber ich glaube nicht, dass er jetzt nochmal aufstehen wird. Na, hier ist auf jeden Fall so eine kleine Grafik. Man kann sehen. Sanchez Level 25. Cruiser Level 19. Also Sanchez schon mal auf Platz 1. Und... Ja, ob Manfred da jetzt aufsteht, ne? Jesus. Ich glaube, wir brauchen Affen. Affen. Wir brauchen die Affen. Bitte einmal. Hallo. Oh, oh. Kollege. Geht's dir gut? Ne. Er rührt sich leider nicht. Äh... Gut. Affen. Hallo. Oh. Finito sagt er. Meike sagt Finito. Ich glaube nicht... Müssen die Affen dann trotzdem... Ja. Affen. Einmal bitte. Kommen. Abschleppen den Jungen. Der muss einmal ins Krankenhaus, ja? Mhm. Mhm. Ähm. Ähm. Wir haben vielleicht ein kleines Problem. Oh. Die müssen jetzt natürlich weit laufen. Und können auch nicht so weit... Ah. Ist natürlich... Ähm. Das hat natürlich keiner gesehen, ne? Äh. Äh. Okay. Wir haben jetzt hier einmal... Professor Phillips... Transportation. Ja. Da sind andere Teilnehmer drin, die das Glück hatten, für Trevor Experimente zu machen. Haha. Ob man das Glück sein kann, ist natürlich nochmal eine andere Frage. Uh. Okay. Also jeder ist anscheinend dieselbe Größe. Auch gut zu wissen. Er hat sich nur Leute ausgesucht, die anscheinend alle 1,80 oder so groß sind. Und dann... Haben wir jetzt den... BF 400. Auch genannt. Bifi Motorrad. Nenne ich das immer. Das sieht aus wie eine Bifi. Und den wird es voll wegschallern, Leute. Sicher jetzt schon. Oh. Der kam nur bis Level 24. Eben ist er... Sanchez bis Level 25 gekommen, ne? Okay. Das heißt... Bifi auf Level 24 gelandet. Ich glaube, unser Kollege wird auch nicht zu schnell aufstehen. Oh. Der nächste. So. Oh. Jetzt haben wir hier sogar einen Quad. Auch interessant zu sehen, ne? Quad ist natürlich nochmal irgendwie... Finde ich ein bisschen tiefer, glaube ich, als Motorrad, ne? Oder bilde ich mir das nur ein? Oh ja. Ist auf jeden Fall tiefer. Oh. 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 Der ist aber bis Level 32 gekommen. Gut. Der ist natürlich vorher einmal... Ja gut. Er ist bis Level 30 gekommen, weil er natürlich dagegen geknallt ist, ne? Aber... Ist damit schon mal auf Platz 1 gelandet. Und jetzt haben wir hier sogar noch einmal den Blazer als Lebensretter, ja? Das ist quasi der vom Strand, den so jeder fahren kann. Und ich glaube, der ist anscheinend noch ein bisschen tiefer. Und Tatsache, Leute. Der ist sogar tiefer. Ah. Ah. Oh. Oh Gott, Alter. Er kam bis Level 40. Leute. Er hat zwar bis Level 40 geschafft. Nochmal 10 Level weiter als der normale Blazer. Ich frage mich gerade, welche Motorräder soll denn da jetzt bitte schon noch... Oh. Der Roller. Ja. Der könnte natürlich ein bisschen tiefer liegen. Muss ich ganz ehrlich sagen. Es könnte natürlich bei dem schon sein. So. Hier. Komm. Mit Vollspeed. Kommt er länger als Level 40? Ja. 41. Aua. Aber er hat es geschafft, Leute. Er ist auf jeden Fall jetzt hier auf Platz 1 mit dem Motorrad bzw. mit dem Roller gelandet. Also 1,60 Meter. Ja. Ist schon ganz schön niedrig, muss ich sagen. Aber Trevor hat jetzt anscheinend eine Idee. Oh. Das Gargoyle-Motorrad. Das liegt natürlich sehr, sehr tief auf dem Boden, finde ich, ne? Oh. Ich glaube, damit kommt er locker bei Level 50. Komm. Oh mein Gott. Das schafft es. Nein. So knapp vor Level 50. Level 48. Aber krass. 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 sehr interessant zu sehen. Okay. Na, Kollege? Du warst auf dem Fahrrad. Alles gut bei dir? Ja, okay. Er macht halt nächstes Mobil. Einmal den Fagio Sport. Das ist der normale Roller und ich glaube, er sollte ja so ähnlich sein wie der Fagio, oder? Von der Höhe. Er sollte, glaube ich, auch bis Level so 41 kommen. Oh, er kommt sogar... Uh, bis 44. Ist er weiter als der Fagio sogar? Das heißt, der Fagio Sport ist sogar weitergekommen, Leute. Krass, auf Platz 2. Hm, aber was soll denn... Oh. Oha. Denkt ihr, das ist am tiefen... Oh, man sitzt schon... Oh, man muss schon sagen, man sitzt schon sehr, sehr tief, ne? Vor allem hat er so eine kleine Scheibe vorne als kleinen Schutz und er sitzt sehr, sehr tief. Oh, das wird ein Rekord. Das wird ein Rek... Nein, so knapp. Level 46. Er hätte nur zwei Level weitergekommen, um den ersten Platz zu splitten mit dem Gargoyle. Ah, schade, Freunde. Aber... Halb so wild. Trevor hat natürlich noch ein paar andere Leute mit am Stüssel, ne? Wenn er mal hier noch so... Komm raus hier! Los! Oh nein, was höre ich da? Was höre ich da? Oh nein! Wladimir! Wladimir ist zurück! Oh mein Gott! Wladimir, das ist doch nicht mit... Man braucht ein Motorrad! Ach, Wladimir, oh Gott, ey! Der wird natürlich jetzt weite Level kommen, ne? Weil er hat ein Auto. Ey, sag mal, also... Was ist denn da noch abgekratzt? Lol, sein Dach ist abgekratzt. Da haben wir jetzt natürlich ein kleines Problem, Wladimir, ne? Ähm... Fantastico! Er denkt sich so... Ja, Mann! Caprio! Fantastico! Und jetzt? Sonnenbrille aufsetzen. Oh yeah! Und umdrehen jetzt hier, ne? Umdrehen und... Weiter geht's wieder zurück. Ey, also Wladimir, ne? Das ist einfach eine lebende Legende, Freunde. War gut, sagt er. Er sagt, war gut. Und er zieht wieder durch. Ich glaub's ja nicht. Okay, was muss der jetzt hier machen? Oh, den Ramp... Oh, interessant. Oh, der sitzt aber sehr tief, ne? Rampant Rocket. Der sitzt sehr, sehr tief. Ich glaube... Oh mein Gott! Der wird den Rekord aber easy brechen, Freunde. Der wird den aber easy brechen. Das ist ja jetzt schon. Easy! Nein! Och, komm schon! Level 47. Er ist ein davor gewesen. Ey, ich hätte ihm das so gegönnt, ne? Ich hätte ihm das so gegönnt, Freunde. Aber einfach vorher dagegen gekommen. Okay. Denn Chimera sieht auch sehr, sehr tief aus, muss ich sagen, ne? Sieht auch sehr, sehr tief mobil aus. Okay, komm... Was ist das für ein Gesicht? Was ist das denn für ein Blick von... Oh! Neuer Rekord! Und... Nettel 52. Okay, Freunde. Also, ob man das jetzt noch toppen kann, ist halt die Frage, ne? Mit welchem Motorrad sollte man das jetzt noch toppen? Das waren ja schon diese drei Räder, ne? Oh, okay. Oh, okay. Oh, auf den sitzt man... Oh, auf den ist es natürlich ganz tief, ne? Okay. 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 Rekord. Aua. Und der hat... Und der hat, äh... Was hat er jetzt gerade geschafft? Er ist 54. Oh mein Gott, Leute. Wir machen hier einen Rekord nach dem anderen. Der Nightblade. Was ist das alles für Motorräder? Die kenne ich alle gar nicht. Aber... Abfahrt, Freunde. Oh, schafft er leider mehr als... Ne, auch nicht geschafft. Oh, ne Bar, die ist natürlich auch interessant, ne? Ne Bar, die haben wir auf jeden Fall so vorher noch nicht gesehen. Man sitzt da natürlich ein bisschen so... Ja, oh mein Gott. Alter, man lehnt sich halt voll nach vorne, ne? Das wird auch safe jetzt ein Rekord. Oha. Und der Rekord ist gebrochen. Ja, oah. Level 62 mit der Barty. Ey, was? Easy Rekord gebrochen, Freunde. Das ist ja richtig krass. Das haben wir jetzt als nächstes Fahrzeug. Ich glaube, müssen wir... Double T. Ich glaube, das Ding ist sogar noch tiefer. Ui. Jetzt wird es interessant. Jetzt wird es interessant, Freunde. Und zwar... Oh ja. Oh, komm. Muss auf Level 62 kommen. Nein, Level 59. Belastend, Leute, belastend. Boah, so eine Akusho Drag sieht natürlich auch richtig krass aus, ne? Also das Ding, da ist man natürlich sehr, sehr tief drauf, weil man natürlich mit dem eigentlich halt auch nur Drag rennt fährt. Deswegen sieht man auch hinten an dem Reifen und so. An dem Gerüst, was da gebaut wurde. Und ich glaube, das Ding mit Level 1. Aber so... Aua. Okay, Level 63. Damit bedeutet das, dass die Akusho auf Platz Nummero Uno gelandet ist, ne? Muss ich sagen. Sehr, sehr interessant. Was kann das Ganze jetzt noch top... Oppressor. Okay. Der Oppressor. Ähm. Oh, er packt die Flügel aus. Was bringt denn da... Oha, warum sitzt denn der so tief da drauf? Hä? Hä, der sitzt ja mega, mega tief. Was ist denn das? Rekord. Aua. Bis Level 70. Der ist bis Level 70 geschafft, der Oppressor. Damit ist er ja mal easy auf Platz 1 gelandet, Leute. Alter, jetzt kommt aber noch Oppressor MK2. Und der wird's, glaube ich, komplett zerreißen. Ja, Mann. Ähm. Ja, gut. MK1-Variante war wohl dann in dem Moment vielleicht doch ein bisschen besser. Ich will, glaube ich, nicht Trevors Reaktion darauf sehen. What? Are you joking? Ja, ich glaube, Trevor gefällt das gerade gar nicht. Dass der nur drei Level geschafft hat. Oh. Shotaro. Oh, Freunde. Das könnt jetzt... Ui, ui, ui. Oh mein Gott, das wird Platz 1. Ich seh's kommen. Das ist der Platz 1, Leute. Das ist der Platz 1, auf den wir alle gewartet haben. Die Shotaro muss nur Level 70 überstehen. Oh mein Gott. Oh mein Gott, aber bei weitem... Oh. Level 78, Leute. Damit ist Shotaro easy auf Platz 1 gelandet. Und damit haben wir einen Gewinner gefunden, Freunde. Hier ist die Riesenliste nochmal zu sehen. Das ist quasi die Auswertung. Shotaro ist auf jeden Fall das tiefste Bike, wo man sich am tiefsten lehnen kann. Damit haben wir schon mal unsere Easy-Experimente fertig gemacht. Falls ihr da vorne mehr sehen möchtet, Freunde, lasst uns auf jeden Fall gerne ein Like und ein Abo da. Checkt euch auf jeden Fall auch gerne Janzu aus. Und checkt euch bei mir das aus. Dann sehen wir uns morgen wieder bei einem neuen Video. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.